Nun kommt der neueste Teil von Alone in the Dark. Doch mehr dazu jetzt in unserem Beitrag. So, da sind wir wieder herzlich willkommen zu Alone in the Dark. Nur echt, mit dem leise im Hintergrund herum düdlenden Saxophon. Ganz viele Saxophon-Spieler in meiner Community, einige haben sich beschwert, dass ich letztes Mal eine Tröte genannt habe. Aber ist nicht auch ein Saxophon. Nicht einfach nur eine sehr schön geformte Tröte. Das frage ich euch als Profis, ich weiß es nicht. So, wir legen direkt los. Ich schreibe mir gerade noch was auf. Und dann drücke ich auf den Startbutton. Bitteschön. Ach ja, ich muss wieder manuell umschalten. Da. Grüße an den Chat. Wir haben gerade schon Helldiver zusammengespielt. Ja, und dann spielen wir jetzt erstmal wieder noch ein bisschen After Dark. Warum nicht so zum Abschluss bis Mitternacht oder so. Falls ihr neu seid, das ist Edward Cornby. Der findet immer Pistolenkugeln hier im Sumpf. Das ist seine Haupteinnahmequelle, alte Pistolenkugeln wieder fit zu machen. Das Problem ist, dass ganz viele mysteriöse Dinge geschehen in seiner Umgebung. Sein Hut war zum Beispiel letztes Mal noch viel größer. Die Krempe war riesig. Jetzt ist sie geschrumpft. Hat das eventuell etwas mit Voodoo zu tun? Ist die Frage, denn wir sind ja in den Südstaaten. Und wir alle wissen, die Südstaaten haben nur, ich glaube, zwei Sachen. Rassismus und Voodoo. Oder was war es? Ich weiß nicht, die Sümpfe waren es. Sümpfe und Voodoo. Ich bin es nicht. Entschuldigung, kurz während wir hier reden, muss ich noch die Kategorie ändern. Und das habe ich jetzt getan. Kurz was liegen. Wenn ihr Bock habt auf Holy, kleiner Tipp, ne? Gebt bei mir immer diese Codes. MON kann man 5 Euro mit sparen, wenn man was bestellt. Oder 10% gibt einen anderen Code dafür. Findet ihr immer hier, da. MON5 oder MON. Das nur einmal so als kleine Info. Und ich war auf einer Party am Wochenende in Hamburg. Es war wahnsinnig gut. Ganz tolle Party. Und da habe ich mit Denzel viel gequatscht. Und der meinte auch, ey, du hast doch auch hier diesen Deal mit Holy, oder? Und ich so, ja. Das schmeckt voll geil, oder? Und ich so, ja. Kann ich kaum glauben, dass man da für Werbung macht und es auch noch geil ist. Und dann haben wir uns die ganze Zeit über Holy ausgetauscht und fanden das beide gut. Da ist ja auch so ein Coke Zero-Süchtiger wie ich. Und da ist das eine ganz gute Alternative. Sag mal, ob es laut genug ist. Ein Stück laut. Da ist das eine ganz gute Atme. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Sie möchte sicher sein, dass er gut ist. Er könnte unvergütet werden, aber weit von unserer Seite. Er ist ein Kurs auf Decento. Hier geht es wieder. Was? Okay, es ist zum Glück dumm. Oh. Oh, Christ in heaven. 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 It was a bust. The oil rig and the hateful mound led him nowhere closer to finding Jeremy. Condé was sure he had struck gold when he found Jeremy's bag, but it was just a trap set by Lottie. Another of Decento's orderlies. Things got out of hand real quick, but somehow can be managed to find his way back to Decento none the wiser. At least it was one item off his list. Now he had to figure out what to do with the boiler. Also repariere die Zierscheibe am Heizkessel. Er setze das Ventil um den Dampf abzustellen. Wir haben ja natürlich da einige Sachen schon angelöst, aber sind eben noch nicht ganz so durch mit dem Raum. Wir kriegen leider auch hier die Stromflinte einfach nicht. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, was man hier... Ah, okay, das sind die überholten Geschichten. Die braucht man also nicht mehr. Das finde ich eigentlich eine gute Idee, dass man nicht überlastet wird mit Kram. I thought it can't be, mein ganzer Kram. Das ist aber dann trotzdem der Kram hier, oder? Der ist doch trotzdem dabei jetzt. Muss zurückkehren. Ölbohr-Turmbericht. Und die Dinger. Aber jetzt mal ja gerade gucken, habe ich denn ein Item? Ne, habe ich nicht, ne? Ich habe kein Item, um den Dings abzustellen. Den Dampf. Okay, das sind auf jeden Fall hier die Quests, die noch offen sind. Da oben rechts der kleine Salon. Direkt um die Ecke. Das ist neu. Ein Malspachtel. Für die Malerei gedacht, aber dünge genug, um durch einen Schlutz geschoben zu werden. Okay, um eventuell einen Schlüssel, den man dann so runterstuckt, aufzufangen oder so. Oder irgendwas damit anderes zu machen. Reflexions on the power of the verb in certain texts. By Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid, in spite of luxury and comfort. True Divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. The people who discover this freedom unexpectedly, will be struck by the... So, ich hab's gelesen, ist ein bisschen Geschwurstel. Ja, Wohnzimmerschlüssel. Das ist der Shit, den ich haben will. Jetzt wissen wir nämlich gleich auf der Karte auch, wo wir langen können. Da, seht ihr, der kleine Salon geht nämlich jetzt auf. Es ging ab. Es funktioniert. Jetzt hab ich den Schlüssel hier noch gar nicht gebrauchen müssen. I think I have everything I need. Okay. Okay. Noch ein Schlüssel. Kellerschlüssel. Wohnzimmerschlüssel, Kellerschlüssel. Das ist ja wie MTV Home. Äh, MTV Home. Äh, Rocket Beans Home. Okay, das Hundehalsband. Ach ne, das ist nur eine von den zusätzlichen Geschichten. Okay, immerhin hab ich jetzt... Jetzt kann ich den Schrotflintenschrank öffnen. Das ist ja nice. So, okay. Okay. Das war's, ne? Das war der ganze Raum. Da ist der ganze Spürkis. Aber auch wichtig. Um sie zu kriegen, die Flinte der Macht. Offen. Jetzt sprechen wir. Ähm, jetzt müsste ich halt nur noch wissen, wo ich eigentlich die Waffe... Ah, okay. Digital unten. Hab natürlich... Ja. Aber noch die Schaufel, oder? Hab ich noch die Schaufel irgendwo hier als Nahkampf? Oh! Hat er in der Tasche. Immer eine Schaufel in der Tasche. Okay. Ja, ich dachte, ich hab den Schlüssel. Scheinbar nicht. Kann auch nicht auswählen. Oh, du bist grade mega erschreckt. Ah! Ich bin hier gefangen! In einer Ecke! War ja klar, dass ich da verecke. Ey, das ist schon wieder so ein Ding, ne? Schon wieder so eine Sache. Ich bin voll überrascht grade. Ausweichen ist wichtig, das hab ich als speziellen Button, ne? Hier, wie ihr seht. Fahr um nach! Lad nach! Ok. Okay. Mann! Komm, hau! Oah! Okay, das war jetzt kein besonders guter Kampf, wenn ich ehrlich bin. Der war ein bisschen lame. Na toll. Jetzt brenne ich. Für meinen Job. Das ist gut. Natürlich nicht. Keller. Wohnzimmer und Keller sind immer noch wichtig. Merken wir uns. Oh, das habe ich nicht. Habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Dabei war ich hier schon. Natürlich geht auch nicht. Keller ist da unten. Sehr gut. Da gehen wir gleich rein. Ich glaube hier waren wir ja auch schon. Wir waren ja schon an manchen Orten. Ach genau, hier ist das. Hier haben wir leider noch nicht den anderen Kram. Normalspachtel, ey. Da. Aber warum kann ich denn nicht meinen Schlüssel quasi benutzen? Das ist schon komisch. Nee. Nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber wer ist die Hand ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Hand ist dort. Eine Sicherung für einen Sicherungskasten. Ups. Ah, okay. Ja, klar. Da ist das Ventil. Der Strom muss weg. Strom geht... Was ist das denn? Ah. Da lang. Da. Okay, er ist auf der Seite. Aus. Es funktioniert. Den brauche ich aber mal wirklich jetzt. Den Dreher. Oh. Oh. Hey Nilsies! Viel Spaß, kommt rein. Alone in the dark. Ihr nehmt euch ein Brot. Wir haben eine wichtige Sache, die seit Resident Evil in jedes Spiel gehört, das sich mit Horror beschäftigt. Denn was ist der Horror, wenn man das Drehrad nicht hat? Und jetzt haben wir es wieder. Oh Gott, Entschuldigung. Auf dem wachsen so Muscheln. Ah, noch eine Scheibe. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Also, was bei dem Spiel sehr auffällig ist, ist, dass die Rätsel wirklich genau so die ganze Zeit laufen. Du hast irgendwo einen verschlossenen Raum, gehst dann rein, findest da ein Item, kannst dann wieder woanders lang. Das ist zwar klassische Rätselmechanik, ja, aber ein bisschen durchschaubar und auch ein bisschen fast schon langweilig. Also dadurch, dass sich das so oft wiederholt. Okay, einer fehlt noch. Na gut. Sind die Rabatte kombinierbar? Nein, leider nicht. Aber wenn ihr Bock habt, kann ich euch das wirklich nur sehr empfehlen. Ich persönlich, nee, das ist der falsche, ist auch ein richtiger, aber der ist nur fürs Trustmaster. Ja, wenn ihr Bock habt, einfach Mon 5 oder Mon für 10% Rabatt. Leider geht immer nur einer. Also, gibt es da Spiele in VR? Nee, aber eigentlich sollten ja gute Spiele früher oder später auch quasi mit VR-Kamera irgendwann rauskommen. Wenn sie wirklich populär sind. Hier bin ich mir nicht so sicher, weil die Wertungen nicht so gut sind. Ich würde kurz nochmal schauen. Wir haben immer noch den Wohnzimmerschlüssel. Nee, da lang. Hä? Nee, doch nicht. Okay, Entschuldigung. Aber durch die Tür ist es denn dann, die mich rausführt? Hier ist die Tür runter. Nee, dann war das wirklich die hier. Dann müssen wir erst durch den ganzen Gitterweg. Ja, ja, stimmt. Doch. Ja. So. Ist auf jeden Fall ein ruhigeres Spiel, in dem auch viel gelesen wird, vorgelesen wird. Ach nee, warte mal. Jetzt ist doch wieder alles... Wie dumm? Nicht doch falsch. Ähm, also schon einer der Titel, wo man ein bisschen gemütlicher sein kann. Äh, die Kämpfe sind dafür dann auch nicht so, bisher nicht so spektakulär inszeniert, dass man das Gefühl hat... Ah ja, stimmt hier vorne rechts. Ähm, dass man das Gefühl hat, dass das Spiel jetzt nur um diese Kämpfe aufgebaut ist, so wie in Resident Evil 4 oder so. Weil da halt einfach das Gameplay so super klappt. Hier sind die Kämpfe teilweise ein bisschen... Behebiger. Aber eigentlich müsste doch... Ach, da war auch noch was. Waren da zwei Türen verkeilt? Ich hab die zweite gar nicht mitgekriegt. Das ist jetzt eine Abkürzung. Naja. Ein Raum, ne? Ha. Oder ist das die neue Bereich? Ja, das ist ähm... Irgendwie waren wir dann doch schon da, glaube ich. Obwohl, jetzt ist es vielleicht nur zugänglich. Auf jeden Fall wollten wir hier früher immer rein und haben es nicht geschafft. Jetzt sind wir drin, müssen aber vorher doch nochmal den ganzen anderen Kram hier uns angucken. Hier ist doch eigentlich noch mehr. Nee. Na gut. Auf der anderen Seite ist zu. Kann man trotzdem mal kurz gucken. Tja. Und jetzt müssen wir eben erstmal hier lang, aber immer noch das... Nee, nee. Das ist schon das... Hier waren wir schon, ne? Hier ist auch mein Zimmer. Hartwood, Ballast, das Parosys, Dr. Grace Wohnung. Die ist wie gesagt zwischengeschoss auch. Ja, aber da waren wir schon überall, würde ich sagen. Aber da war im Wohnzimmer, genau. Da ist das, ähm... Da ist das Wohnzimmer. Und ich nehme an, wenn alles so läuft wie immer, finde ich jetzt hier das letzte Puzzleteil. Und dann kann ich... Weiß ich eigentlich nicht. Dann setze ich das Puzzle zusammen. Aber was dann passieren soll, weiß ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich schon so richtig abgestanden. Wenn wir eines wissen, dass dann in jeder Badewanne in einem Horrortitel irgendein Item versteckt ist. Hier? Offensichtlich nicht. Die halten sich nicht an die Regeln. Krass. Die sind crazy von Alone in the Dark. Die machen nicht das, was man erwartet. Da ist ein Kind. Oh, Entschuldigung. Jetzt war auch eine. Was hast du da? Du hast da, was du? Nichts speziell, ich bin einfach Angst. Ich weiß dich von irgendwoher. Ich erinnere dich, Herr Convey. Von woher? katholisch Kassandra wouldn't like it she wouldn't like it at all Do you know where she is I'd rather not talk about it. It makes me upset Besides she'll be back after the feasts of St. John think Yep, it's all on the page mr. Con Bee and Many of them that sleep in the dust of the earth shall awake Einfach ein Leben, einfach ein Verkaufeln und ein Verkaufeln. Okay. Ich gehe jetzt, wenn das okay ist. Ich möchte nicht bleiben, dass ich zu lange in dem gleichen Ort bleiben. Herr McCaufe könnte mich finden. Hey. Was ist er für dich? Da haben wir sogar die Kiste schon gesehen. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Tinktur zur Schmerzlinderung. Das ist das, was Kassandra Beauregard kam. Das ist eine andere von diesen Schmerzlinderung. Die Schmerzlinderung. Ne, da fehlt noch was. Dann kann ich etwas aus den Schmerzlinderung machen. Vielleicht ist sie irgendwo da drin, ne? Ich glaube nicht, ich habe alles, was ich brauche. Ne, hier kann man auch nicht viel machen. Also das einzige wäre, und da ist wahrscheinlich die Flasche drin, da. Das aufkriegen. Also hier gibt es auf jeden Fall jetzt erstmal keine Hinweise, was sein könnte, wo es sein könnte, wo es liegen könnte, warum, mit welchen Codes das verschlossen ist. Das ist ein Schmerzlinderung. Ja, vielleicht doch noch irgendwo hier. Ne, ne, ich denke, man muss tatsächlich... Jetzt ganz gut hingepasst, aber natürlich nicht. Ja, man muss irgendwie dieses Rätsel mit dem Code lösen. Was sind das für Symbole? Ja, das sind hier so häufiger benutzte Symbole wie diese hier. Aber, wenn ich mich nicht täusche, war das fürs letzte Mal. Und diesmal müsste es dann eigentlich anders sein. Oder vielleicht muss ich auch diese Balow-Linse erstmal irgendwie benutzen. Ne, ne, das hilft hier nicht. Es müsste wahrscheinlich wirklich irgend sowas hier sein. Gucken wir nochmal. Das Spiel sieht sehr cool aus. Ja. Ja. Also es ist ganz cool bisher. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich im Nachhinein die Wertung gesehen habe. Und das ja auch vielleicht einen Grund geben muss, ne. Ich frage mich nur, ob ich nochmal dasselbe Rätseln, also dieselbe Lösung benutzen sollte. Wie beim letzten Mal. Das kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen. Das kann ja nicht dasselbe sein. Das ist ja auch was anderes hier. Okay, gut. Kommen wir halt nicht durch. Wie sieht es auf der Karte damit aus? Das wird immerhin... Ah, wenn es grün ist, lösbar. Damit meinen die aber jetzt wahrscheinlich genau den Ding. Na gut. Gucken wir mal weiter. 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 Irgendwas aus dem grünen raus, ne. Da, da. Gucken wir mal. Da ist eine grüne, grünes Fenster. Da kommt so eine Monsterklaube raus. Und der in der Mitte sieht aus wie ein Magier. Vielleicht ist das irgendwie... Gehört das alles irgendwie dazu. Zur Story. Also irgendwas muss doch hier sein, was ich benutzen kann. Ah, na gut. Immerhin. Ich habe offen gesagt gehofft, dass ich hier was finde zum Rätsel. Aber nee. Zu. Okay, jetzt, ähm, ja. Gehen wir mal nochmal zu dem kleinen Rätsel, um zu gucken, was das genau nochmal war. Also wenn ich oben eine Tür übersehen habe, das kann natürlich sein, hier, meinst du, ne, dann würde das wahrscheinlich jetzt auch angezeigt werden, dass ich irgendwas aufmachen kann. Dieses Zwischengeschoss da, also quasi die Tür zum Zwischengeschoss, die ist versperrt. Da geht nichts auf. Grays Wohnung geht nichts auf. Warum hier manche nicht erkundet angezeigt werden, ergibt für mich auch keinen Sinn, weil ich habe die erkundet. Und in Kassandras Zimmer haben wir immer noch dieses eine, ja, dieses blöde Zahlenschloss-Rätsel, wo ich nicht weiß, ich habe das Gefühl, als ob ich da schon die Lösung hätte. Oder die von mir erwarten, dass ich sie habe oder so. Aber ich habe sie halt nicht. Ich habe hier nur 3, 4, 6. Haben wir woanders mal benutzt. Vielleicht soll ich das hier nochmal probieren. Aber es wäre schon ganz schön lame, dasselbe Ding, die selbe Lösung für zwei Rätsel zu nehmen. Das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Oh, warte, ich bin hier im Moment. Bin ich doch richtig, da wollte ich doch nicht. Auch die zweite Tür zum Zwischengeschoss geschlossen. Guck gerne mal. Ich weiß gar nicht, was du genau meinst. Ich sehe zumindest keine offene Tür mehr. Alles verriegelt oder versperrt. Veranda, Dienertreppe, WC, Empfangsraum, Zimmer, Zimmer, Wintergarten. Dienertreppe, die Wohnung ist zu. Das ist zum Zwischengeschoss ist zu. Die drei Zimmer unten haben wir. Die Galerie haben wir gesehen. Wohnzimmer, Grace-Zimmer, Gesellschafts-Zimmer haben wir alle schon gesehen. Da bin ich gerade. Waren wir auch gerade überall. Herrenhaus, Treppenhaus meine ich. Empfang, Behandlungszimmer. Das ist immer noch komisch, finde ich. Ah ne, aber das ist vom Büro hier. Empfang unten rechts ist Büro des Sekretärs. Und da steht auch der Safe, wo er schon vorher sagte, ich kann da gar nicht. Ich brauche es gar nicht versuchen. Ach ja, und das Rätsel ist diese Geschichte. Teleskop, da brauche ich so eine Scheibe und die habe ich auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt noch nicht mal mehr irgendwelche Orte, wo ich noch hingehen kann. Ich gehe ja in meinem Kopf diese Räume dann durch und wir haben das irgendwie alles schon begangen. Ich weiß gerade nicht, was wir jetzt machen. Vielleicht höre ich auch einfach früher auf oder so und dann spiele ich das vielleicht ein andermal weiter oder gucke vorher mal um. Mann, das ist so irritierend jedes Mal. Auf der Karte sieht es so, als könnte man da durchlaufen. Mal gucken. Weil es soll jetzt auch nicht zu lange hier rumgeeiert werden. Lässt sich aber wahrscheinlich jetzt nicht vermeiden. Die Frage ist, gehe ich einen hoch oder einen runter nochmal? Wo kommt das her? Diese Geräusche. Ich persönlich würde nicht sagen, dass ich einen Lieblingsteil aus der Alone the Dark Reihe habe. Ich habe den ersten gerne gespielt, aber er war technisch unter aller Sau. Und lief halt bei mir auch echt nur sehr langsam und ruckelig und so. Und das hat nicht so viel Spaß gemacht, aber... Aber ich fand, wie gesagt, mit dem ersten habe ich immer was... Oh, da habe ich tatsächlich noch eine Tür übersehen. Ihr smarten Füchse. Also wenn, würde ich sagen, der erste, aber den zweiten habe ich, glaube ich, auch sehr gerne gespielt. Den dritten, diese Western-Stadt, naja. Und das ganz Neue in New York habe ich leider auch nur so angespielt. Fand ich auch nur okay. Leider hat Salon the Dark immer schwer gehabt gegen die anderen. Willkommen zu der Madhouse, Detective. Danke. 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 Ich weiß nicht, ich schaue mich an diese Runde. Manche denken, dass es sehr schrecklich ist, aber ich denke, dass es endlich gefunden hat. Es passt perfekt mit dem Zustand dieser Ort und ihren... ...loonies. Das Gleiche geht für die Nonsense mit Jeremy. In meinen Augen, wir haben endlich geschafft, die wild ride in uns alle. Ich bin froh, dass die Nacht so harmonisch ist. Ich hoffe, dass ich mich nicht richtig machen. Das ist das Geschäft, das ist. Diese Runde sieht außerhalb meiner Möglichkeiten. Good luck, Detective. Ich hoffe, dass ich dich bald wiedersehen. Ja, Evening, Miss. Kann ich ein bisschen mehr von diesem Whisky bekommen? Geht her, Detective. Ich glaube, dass ich nicht mehr mehr schmerzen kann. Ich will die ganze Flasche mitnehmen. Okay, endlich sind wir hier in einer neuen Ecke. Gut so. Das ist jetzt der Raum, wo wir her sind, ne? Ja, genau. Jetzt will ich kurz einmal schauen, wo das wirklich war. Ach, das war da das Ding. Ja, irgendwie auch voll logisch. Aber da habe ich dann wirklich die eine Sache übersehen. Natürlich. Die hätte helfen können. Mal gucken, ob wir jetzt noch vor weitere Hürden kommen. Oder ob wir jetzt mal einen kleinen Run haben. Ein Lagnab. Ein Begne. Hm, gut. Genau. Jetzt dieses runde Treppenhaus, das wir die ganze Zeit gesehen haben. im neuen Gebiet. Und das Interessante darin ist natürlich, dass es uns hoch und runter bringt. In ganz neue Bereiche. Hoch nehmen wir mal. Ne. Da ist irgendjemand. Lebt auf dem Dachboden. Von den Eltern dort oben versteckt. Von den Nachbarn. Niemand darf wissen, dass er hier ist. Ja. Jedes große Herrenhaus hat sowas. Einen ungeliebten Sohn, der versteckt wird. Ich weiß, wovon ich spreche. Äh, hier ist der große Salon. Ja, hier ist noch was. Mann, ey, so viel. Das Ding ist cool. Dann fangen wir ganz unten an. Fangen wir mal ganz unten an. Geht nicht. Natürlich. Das Spiel weiß schon, wie es einen so ein bisschen leitet, ne? An der Perlenschnur der Story entlang. Von Raum zu Raum. Aha. Der ist wichtig. Vielleicht ist da ja wirklich diese Flasche drin. Das wäre dann zick, zack, zuck, direkt das nächste Rätsel gelöst. Der Entwickler hat schon eine perfide Freude, die ganze Zeit Kisten hinzulegen, wo nichts drin ist. Aha. Ja, in die Tasche stecken. Eine Frechheit. Bist. Bist. No, uh, there's more of that aggressive rot. On the commonplace of evil. There lies virtue and stark irreverence. Careless thoughts of luminous indifference. But blame not the beast we once were. Suche die Schuld nicht bei Urzeit, Getier. Gut, wir haben es gelesen. Ganz toll, kannst du jetzt einschicken, drucken wir. Aber nur wenn ihr auch die Bücher kauft, wo eure Gedichte gedruckt sind. Kosten 80 Euro. Aber eure Gedichte sind gedruckt. Okay. Da, jetzt sind wir einmal durch. Und haben den Schlüssel für die Medizinkiste. Und gehen da nun in Lottis Zimmer. Wir sind mal direkt hier. Ne, falsch, ne? Ich sag's euch, da ist das Fläschle drin. Da ist das Fläschle vom Dr. Jenskins. Ja, das ist ja wohl jetzt, äh, das ist ja, äh, praktisch, ne? Mit dem, mit dem Ding, gehen sie jetzt die DINertreppe runter. Bin ich überhaupt richtig? Ne. Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Vielleicht im Büro des Sekretärs? Ne, da war das safe. Empfangsraum? Ne, da ist die... Das Fernglas. Cassandras Zimmer war das, glaube ich. Also ein, hoch, okay. Wundervoll. Es läuft. Nee, aber das ist nicht Cassandras Zimmer, oder? Das war doch die von dem Doktor. Na gut, wir gehen trotzdem einmal noch durch, aber ich glaube, ich bin hier falsch. Nee. Da. Ah, da war das, ne? Das haben wir nicht. Äh, aber da die Flaschen. Doch, war doch richtig. Okay. Ah. Oh, jetzt müssen wir sie noch umstellen. Mhm. Nee. So nicht. So nicht. So, na vielleicht so. Nö, auch nicht. So vielleicht. Ja. Zwei, fünf. Was ist das? Zweite von rechts. Ist das überhaupt eine Zahl? Zwei, fünf, sieben, würde ich sagen. Zwei, fünf, sieben. Und wir wissen ja mittlerweile, wie das läuft. Zwei, fünf, sieben wird umgerechnet in der Geschichte hier. Zwei, fünf, sieben. Also Fische, Fische, Gemini, also Moment. Die zwei Brüste, die sich küssen, die Tür, also Brüste, Tür und der Ballon. Brüste, Tür, Ballon. Küssende Brüste, Tür, Ballon. Vertrauen Sie mir. Ich bin... Moment. Da ist die letzte Scheibe, wie ich es gesagt habe, ne. Eins ist im anderen, B ist bei C, bei D. Bevor du E holen kannst, musst du zu F rüber. So geht's die ganze Zeit. Ist ein bisschen langweilig. Wenn ich mal jetzt so eine erste Meinung abgeben darf, nachdem ich das ja auch schon gut fand, finde ich das jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Kann man auch spannend finden. Will ich jetzt auch nicht schlecht reden. Aber ich finde es ein bisschen langweilig. Ist halt atmosphärisch, ne. Wenn man es positiv beschreiben will, sagt man atmosphärisch in dem Fall. Wie würde ich es bewerten? Ich fand es, wie gesagt, eigentlich ganz cool. Die Durchschnittswertung ist eine 7 von 10 und ich glaube fast, dass das auch eine sinnvolle Wertung sein könnte. Doch, glaube ich schon, weil, Moment, wo geht es runter? Über die DIN-A-Treppe, okay. DIN-A-4-Treppe. Ja, es ist halt was für Fans. Es ist für Fans der Reihe. Es ist für Fans von Horror. Es ist für Fans von den 30er Jahren, kann man sagen. So Leute, die auch L.A. Noire und so gerne gespielt haben aufgrund des Settings. Die werden hier sicherlich das auch cool finden, weil das ist ja, ist ja klar, schönes Setting so an sich. So, runter. Ich glaube nicht, dass der große, weite Wurf wird. Ich glaube, wie gesagt, ist halt so ein Standard-Genre-Vertreter, der nicht viel falsch macht, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel beeindruckend ist. Richtig. Ich bin froh, dass die Reihe es zumindest jetzt schafft, wieder vertreten zu sein, dass die vielleicht eine Chance wieder bekommt. Das finde ich gut. Deswegen hoffe ich, dass das Spiel doch eine Chance hat. Okay, die Ecken muss ich gar nicht. Okay, das ist schon mal ganz gut. So, jetzt fangen wir bei den Ecken an. Wir haben hier dieses, oben rechts haben wir dieses komische Zebramuster, nenne ich es mal. Mal gucken, ob das hier passt. Nee. Nee. Okay, jetzt gucken wir mal ein anderes Zebramuster. Schwer zu sagen, könnte passen, kann aber auch nicht passen. Vielleicht das, nee. Kann ja nur der sein oder der hier. Nee, auch nicht, ne? Ah, okay. Der könnte es auch noch sein. Ja. Es sind Wolken. Okay, es sind irgendwie immer noch Wolken. Da, ne? Und da. Na, nee, nee. Ah, doch, es könnte so Feuer sein. Wolken, Feuer, Qualm, irgendwie so. Okay, jetzt haben wir noch hier rechts. Was ist da rechts? Auch so ein komisches. Rechts. Ah, schwer zu sagen. Was ist das? Kann ich gar nichts erkennen. Oben links sieht aus wie Flammen. Deswegen sieht es irgendwie auch aus, als wäre es richtig. Das hier ist dann aber falsch. Ah, ja. Dahin. Ja, das passt auch. Das passt hier aber irgendwie nicht. Ach, nee. Nee, Mann, so könnte es passen, ne? Ja. Ja, 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 ja. Seht ihr, unten rechts passt. Das sind so Felder. Das ist ganz gut. Nee, das ist falsch. Okay. Vielleicht sind das ja die Felder, die hier weitergehen. Ja. Ja, okay. Also, wir haben den Rand so ein bisschen. Wir haben hier oben rechts die Wolken. Wo ist denn? Genau. Könnte das richtig sein? Nee, ich nehme an, dass da so Licht, dass da so Sonnenstrahlen runterkommen irgendwie. Von der Sonne, ne? Ja, da ist ja, oder von dem heiligen Ding da, was da ist. Von dem heiligen Dödel. Ja. Ja. Nee? Nicht ganz. Immer noch nicht, ne? Aber fast. Also, die Kirche stimmt, die unteren stimmen alle. Oder? Das hier stimmt doch. Ja, ja, die Hügel und so. Aber was ist denn dann da noch anders? Moment. Die Flammen auch. Vielleicht muss das Ding da hin. Nee, auch nicht? So. Oder? Nee, vielleicht doch nicht. Aber das hier passt halt auch nur dahin. Klar, so mache ich auch immer meinen Boiler. Aha, wieder Zahlen. Sieben, fünf und neun. Sieben, fünf, neun. Wird den Boilermann freuen. Wir treffen uns um sieben nach neun. Nee, um sieben, fünf, neun. Dann werde ich dir den Couch schon einbläuen. Zum Beispiel. Könnte man so sich merken. Tja, das war jetzt aber unspektakulär. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt... Und das meine ich. Irgendwie fühlt sich so die Belohnung des Weges, dadurch, dass man hier so lange gewartet hat, bis man das gemacht, denkst du, da ist irgendwas Krasses. Aber dann ist es einfach nur so, okay, hier ist ein Item. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Woanders wäre dann halt ein neues Areal. Oder man könnte vielleicht nochmal, halt nochmal zwei, drei Gegner. Macht nochmal irgendwas anderes, als von A nach B rennen. Scheinbar hier nicht. So, jetzt kann ich aber oben zum Safe. Und den, denke ich, mal aufmachen. Frage ist nur, wo war der Safe nochmal? War es denn, nee, der Empfangsraum war es nicht. Büro des Sekretärs, da war der Safe. Das ist der Schauspieler von Stranger Things, exakte David Schniersel. Ich weiß leider nicht seinen Nachnamen. Ich will die ganze Zeit Hader sagen, weil David Hader ist ja der ehemalige Sprecher von Metal Gear Solid. Aber was macht der eigentlich? Was macht der eigentlich? Warum hat Kojima den jetzt nicht für seinen ganzen Kram wieder eingespannt? Ja, weil er jetzt mit echten Hollywood-Stars rummacht, ne? Hat er keinen Bock mehr auf den kleinen David Hader. Der spricht ja nur Charaktere. Äh, David Harbour. Weiß der. Hä? 759. Ich probiere es nochmal. Ich meine, wenn er das sagt, wundert es mich. Da er das so sagt, glaube ich ihm, ne? So, 7. Ich probiere es halt nur zur Sicherheit nochmal, ne? 5. Ne, okay. Das ist es dann doch nicht. Wo ist der nächste Safe? Oder wo kann ich denn 759... Wo könnte ich das als nächster Empfangsraum? Ne, da ist die Linse. Vielleicht sind die unten noch irgendwo. Ich habe ja noch ein paar Bereiche. Hier, habe ich ja noch ein paar Bereiche. Oh, ich kann den Kessel rauben. Da kann ich noch was lösen. Ich dachte, das hätte ich schon. Hä? Vielleicht ist das noch nicht alles. Ich würde es also feiern, wenn es in einem Game mal einen Simon-Charakter gäbe. Main- oder Signed-Charakter, egal. Also, es gibt mich tatsächlich schon in Maniac Mansion Deluxe, wenn ihr das euch runterladen wollt, könnt ihr das gerne machen. Und da bin ich tatsächlich eingebaut. So, hier rechts. Äh, wangst du auch mal was nicht? Okay, äh, DINertreppe. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich da einfach nur vergessen, irgendwas anzuklicken? Ah, seht ihr? Deswegen. Äh, 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 ne? 7, 5, 9? Dann vielleicht andersrum. 9, 5, 7, 5. Vielleicht ist es ja 9, 7, 5. Ja! Ja, natürlich, das haben wir ja auch schon gesehen, den Raum, aber der ist ja trotzdem verschlossen. Hm, okay, na gut, haben wir das zumindest jetzt gelöst. Zufriedenstellend gelöst. Aber warte, ich, ähm, wir sind ja eh schon unten, ne? Da ist doch der, genau, Kesselraum. Ja, ja, irgendwie, Küchengarten, da, der Essens- und Weinkeller, das ist der nämlich. Ne, das ist schon wieder falsch gelaufen, ey. Okay, da ist die Treppe, da ist der Raum, dann muss ich da vorne links. Was ist denn jetzt los? Das ist jetzt aber neu. Aber was? Was hast du denn gemacht? Das ist ja hier. Ich weiß nicht, aber... Die Hartwoods-Familie-Crypt. Emilys-Familie muss haben die größte Röte in New Orleans als ich dachte. Ich dachte, dass sie ein Yankees wie ich war. Hm. Also irgendwo kommen hier noch Gegner, sonst wären, glaube ich, die ganzen Wurf-Gegenstände nicht da. Oh, da fällt mir ein, ich muss ja auch noch The Last of Us zu Ende spielen. Oh, da fällt mir etwas, und ich направ dich. Oh, du lah! Oh, da fällt mir ein. In der Tatil sagt. Oh, da fällt mir. Oh, da fällt mir. Oh, da fällt mir. Oh, da fällt mir. Oh, das ist mentor. Oh, da fällt mir. Oh, da fällt mir etwas. Ich hab mir etwas Haft mir lassen. Keine Ahnung, was ich damit machen kann, aber... Ach, muss ich das hier reinmachen, einfach nur? Das ist ja ein krasses Rätsel. Ah, ich muss es auch noch anpassen. Das benutzen wir wahrscheinlich noch häufiger. Ja, nehmen wir mal den Vorschlaghammer, ist ein guter Vorschlag. Ich habe jetzt auch schon sehr lange mit der Pike rumgehauen. Ja, das ist alles so ein bisschen unspektakulär. Das sieht zwar cool aus, wie die so ein bisschen verwachsen sind, aber die Nahkämpfer und alles wirken einfach so ein bisschen undynamisch, einfach als wären Charakter und Gegner nicht in derselben Welt so. Das ist irgendwie komisch. Ah, da geht's weiter, okay. Da ist wahrscheinlich zu, aber kann ich da nicht die Platte reinmachen? Nein, nur eine kann ich da reinmachen. Natürlich. Auf einer Medaille kannst du nicht drehen. Dann sammeln wir halt noch zwei. Dann sammeln wir halt noch zwei. Er ist original, der Vorschlaghammer am Gemüsemann kaputt gegangen. Na gut, das ist nicht so schlimm. Ich hatte hier nämlich noch immer eine. Wo war das hier? Ja, da. Die ist eh spitzer. Die ist eh spitzer. Ah, ne, doch. Falsch gelaufen. Das sah so neu aus. Da. Na, das war Schroelflinde, genau. Ja, wenn man ihn dann zweimal trifft, ist es auch geschehen um ihn. Ja, das war Schroelflinde. Ich wollte halt nicht ihn abwerfen. Die Riesenmaden am Kopf. Das ist alles ein bisschen ungelenk, ne, muss man schon sagen. Ja, das war Schroelflinde. Ja. Hm. Uh, da geht's runter. Hm, da geht's auch runter, okay. Dann machen wir mal. Das ist schon irgendwie lustig. Der Oberkörper bei jemand anderem als Arm. Mit den beiden Armen auch. Das ist ganz cool. Da ist die zweite. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wieder hoch. Wo geht's denn lang zum nächsten? Da. Geil, der hat einen Wurmarm. Seht ihr das? Einen Erdarm. Der ist der ultimative Gärtner. Da. 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 Das geht ja mal tiefer. Da. Ist ja furchtbar. Da ist doch noch Platz. Die Gruft hat noch Luft. Da passen noch locker drei, vier andere Generationen rein. Finde ich. Die kannst du raus machen. Kannste auch noch mal quer fünf bis sechs Leichen stapeln. Ah, da passen jetzt zwei. Okay. Und dann krieg ich die dritte. Das ist ganz gut. Ähm. Ne? Okay, dann so. gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm Ja! Ich seh noch nix, Mann! Das war nicht fair. Natürlich habe ich das Original gespielt, ich habe alle Alone the Dark gespielt, alle Resident Evil gespielt, alle Silent Hill gespielt, alle Dead Space gespielt, alles gespielt, alles! Krass, wie viele! Die ganze Familie ist da! Es ist halt kein Resident Evil. Es ist halt einfach kein Resident Evil, Leute. Das wissen wir jetzt, glaube ich, langsam alle. Es ist halt nicht ganz so gut, wie die großen Vorbilder. So ist das halt. Wenn der Schüler zum Meister wird, dann schafft das der Meister selten, ganz selten nur noch, plötzlich wieder den Schüler zum Schüler zu machen. Den neuen Meister zum Schüler zu machen. Ihr versteht schon. Ja, okay, aber ich muss hier eh abhauen. Darum geht es eigentlich nicht. Ja. Ja. Oh, da endlich. Oh, jetzt können wir nämlich in die Kirche rein. Es kommt ja ein Silent Hill Remake, also da kann man sich ja schon drauf freuen. Ist ja völlig angenehm. Ah, so. Oh. Nee? Doch. Oh. Sieht aber schon so aus, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Aber waren die falschen wahrscheinlich, ne? Die falsche Reihenfolge oder die falsche Anordnung. Machen wir einmal den Vogel oben. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. That can't be right. Machen wir mal den Vogel rechts. Machen wir mal den Vogel rechts. That can't be right. Aha, die haben wir doch gerade noch getroffen oder pennt die da? Offensichtlich haben wir einen Geist gesingen. Please don't touch her. Jeremy. What are you doing here? Everyone's looking for you. I know. It's all a big mess. No one understands. I'm just trying to keep Eva with me. Just for a little while longer. You've got to come back with me. Your niece is waiting at their setup. Emily? Why won't you? Why won't you? My little heaven. Keep making it worse. What is going on, Jeremy? How is any of this happening? I made a terrible promise with someone. The dark man. Who is he? No, no, no. Don't say his name. He can hear us. He's always listening. Jeremy, you need to understand what is going on. I promise you everything. When the sun rises, I will be chained in his sunken desert temple for eternity. At least the evil about to awaken and to settle won't harm anyone outside of that cousin place. You're acting crazy, Jeremy. I want to help. There's nothing. Then what's all the business about Teruaya? Why did you want to go there? I can't go there. I'm not allowed. But you wanted to. Can I go? Tell me, will it help me to break your pact? Is there something there that would help? Why would you give me hope? That's so cruel. Okay. Sounds like we're onto something here. What should I... Look out! Behind you! Don't let him take you! Ah, you followed your Jeremy. Ah. 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 I've seen so many strange occurrences lately. Memories explode into existence and then bind out like tired glass-mobbed filaments. Dreamscapes crash down from the stars and sink into the sea. Doors that lead to nowhere and absolutely everywhere at once. With all this reverie, I want to think there's a chance that you found a way to remain alive in some way I cannot fathom. Just like I've learned to navigate with my Talisman, maybe you with all your knowledge, you're somehow new a way. Hmm. Hmm, der Kofferschlüssel. Äh. Jetzt kann ich endlich, ähm, die Reisetruhe mal aufschließen. Machen wir gleich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sie ist tot. Aber egal wie sie sterben, sie sieht jetzt so peace. Krass, das hat er aber schnell akzeptiert, gerade wo er doch eben noch mit ihr gesprochen hat auch, dass er sich da nicht wundert. Kofferschlüssel, Führer steht da, G. Hartwood, ach ja, das ist hier der Jeremy Hartwood, genau. Aha, da ist die Linse. Supergut. Na ja, jetzt wie eine Perlenschnur, ne, kommen die Rätsel hintereinander. Kurz gucken, wo war das nochmal? Da unten rechts, ne, das ist der Safe. Unten rechts ist der Safe. Oben, Empfangsraum, okay. Bin ich jetzt hier, ne. Na gut, jetzt auch egal. Der sieht ganz schön mitgenommen aus mittlerweile, ne. Er kriegt schon gut was ab. Ist eigentlich ganz schön gemacht, dass das alles bleibt. Äh, hinter uns geht's weiter. So, die Geschichte machen wir noch. Dann hören wir auf. Da haben wir ja, finde ich, einen ganz guten Moment auch gefunden und tatsächlich auch ein paar kleine Rätsel gelöst. Das ist doch sehr schön. Bald haben wir hier alles gesehen, äh, aus diesem Haus. Ich mein, ich seh da schon was, aber ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Hä? Da rechts, ne? Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung, was das sein soll. Hm. Pfff, okay. Kann ich gar nicht drehen, oder was? Interessant, okay. Oh, what's going on? It's dialing in something all on its own and it's showing the way to another memory? Where is that? Another world seeping into De Seto. Was this a taste of that mysterious Tarawaya? Wir werden es herausfinden, dann gehen wir noch mal kurz ins Speisezentrum, das ja scheinbar jetzt zu einem Reisezimmer umgebaut wurde. Wo ist die Speise, wo ist das? Esszimmer, das ist es doch, Esszimmer da unten, ja. Also über die Bibliothek. Hier geht's. Hier geht's. Ach da, da sieht man's ja schon. Kapitel 3 von 5, meine Freunde. I'm glad to see you made it. I had my doubts, but the hope you instilled has yet abandoned me. I guess this must be Tarawaya. Who are you? My name is Juan Luis Jorge, and this is indeed the convent of Tarawaya. You'll have to excuse me, but Jeremy never got your name. The name's Edward Carnby. I'm a private investigator. You're not a patient, are you? No. I'm the author of a book that Jeremy once found important. How does that work? Are you part of this memory as well? Is this even a memory? I think calling me a manifestation of Jeremy subconscious would be more correct. And so is the convent of Tarawaya. I'm a man Jeremy has never met. And we are in a place that he has never been. Okay. So are you here to guide me or something? I have no more purpose than you do. I simply am. I will happily help you, of course, if I'm able. If you are already somehow part of Jeremy, why did he want to come here? Isn't he sort of here already? Jeremy wanted to come here because it's a representation of his mind at peace. When Dr. Gray asks him to find his focus during his sessions, this far-flung convent is what Jeremy imagines. He is under the impression that if he could physically come here, he would reach a perfect equanimity. A spiritual apathiosis. You don't think it would work? Jeremy subconsciously knows it's just wishful thinking. He can't come here. Despite the pathways opened by the dark man between Nerseto and Jeremy's psyche, it's simply not possible. But I'm here. Indeed. It's a shame it's just another place for you, detective. Otherwise, you could have become a Buddha. Always a bridesmaid, never a blushing bride. Am I right? Yes, I suppose so. You'll have to chase enlightenment elsewhere. So what's the next best thing? What can I do here? You should seek out the convent library and try to find the truth about Jeremy's relationship with the dark man. It's the sort of knowledge he represses and is unable to reflect on. Will it tell me how to break the pact? Perhaps. At least you'll have something to confront Jeremy with. Wait. Why can't you just tell me? I don't know such things. You'd be better off consulting the texts of Dr. Freud if you want such answers. No thanks. I hate shrinks. There is another thing you should know about the library. He is here as well. The dark man has been working his way through the texts for a long, long time. He's here? How am I supposed to get past him? Be careful, detective. Oh jeez. Just perfect. Oh jeez. Just perfect. We are here. We have a new place. We have found a new place. We have found a new place. The Gedankenpalast of Jeremy. The again here, as you can see, people have gathered, to whom he thinks. The other thing is the Schattenman, with whom he has a pact closed. Maybe it's about to come here to come in this wonderful dream. Why? Ob das so funktionieren wird? Ich glaube es ja persönlich nicht. Ihr werdet es jetzt aber auch nicht mehr erfahren. Denn wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Es ist eigentlich ein ganz schönes Ende, finde ich, an dieser Stelle. Kurz nochmal so ein Fazit, weil ich ja jetzt auch nochmal ein bisschen länger gespielt habe. Ich habe mir auch schon vorher dann Sachen angeguckt. Also so Wertungen und so. Und ich kann euch nicht sagen, ob das Spiel nochmal richtig anzieht oder ob es so immer so mit angezogener Handbrei vor sich hin dödelt. Es ist nicht schlecht, es ist aber auch nicht so wahnsinnig gut. Es ist eigentlich in keinster Weise so richtig wahnsinnig super erfrischend anders. Und die Sachen, die es macht, macht es okay-isch. Damit meine ich jetzt vor allen Dingen Rätseldesign, Leveldesign, Waffenkampf, Trefferfeedback, Abgleichung zwischen Action und Spannung, Atmosphäre und Rätsel. Das sind so ein paar Sachen, die hier so ein bisschen unausgewogen sind. Aber es ist kein schlechtes Spiel. Und wir sind ja schon, wie gesagt, Kapitel 3 von 5. Also es ist eh nicht so groß scheinbar. Es sei denn, da kommt noch mehr. Das kann natürlich auch gut sein. Warum hat er die Flashbacks? Naja, er hat diese komische Siegelmünze und die zeigt ihm Flashbacks. Es ist alles so ein bisschen krude, ein bisschen zusammengepuzzelt. So, Leute. Macht's gut. Kommt gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Abonniert ihn. Lasst da Kommentare, Abos da. Auch mein Montau-Kanal wird bespielt werden und zukünftig mehr Videos haben. Also lohnt sich da auch. Bis dann. Mach's gut. Oh, oh. Malone in the Dark. Hallo? Ja, es ist wieder so weit, wir spielen eine Runde Alone in the Dark. Der Titel ist Melone in the Dark, basierend auf einem alten Coming Swing Sketch von Game 1, wo wir eine Melone hatten. Ich weiß noch, unser Animator Jay sagte damals, jetzt wird es aber langsam eng mit den Wortwitzen, weil es schon sehr eng ist. Aber Melone in the Dark, da hatten wir eine Melone und so ein Spot drauf, natürlich. Und dann ging der aus. Und dann hat man, glaube ich, noch so ein weißes Zittern gehört. Melone in the Dark, und jetzt passt es aber, denn unser Hauptcharakter trägt eine Melone, ganz fachmännisch, früher auch gut genannt. Untermann ist auch da. Und mein ganzer, mein Stream Deck geht immer noch nicht. Ich muss da wirklich mal was machen. Aber jetzt nicht. Jetzt mache ich das manuell und sage, Untermann, Ahoi. Okay, wir starten direkt. Mit dem dritten Kapitel, wenn ihr euch erinnert, für mich war es gestern. Da sind wir ja in diese Gedankenwelt reingekommen. Und dort haben wir eigentlich noch nicht viel gemacht. Wir müssen uns eine Bibliothek angucken. Und es gibt einen Schattenmann. Und den sollen wir meiden. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie man drauf ist. Vielleicht ist das ja die Crowd, mit der ihr gerne abhängt. Da will ich jetzt nicht judgen. Aber ich halte mich da erstmal raus. Ist ja leise im Moment. Aber ist voll aufgedreht. Hm. Jetzt nicht meckern. Wir stellen mal um. Das machen wir jetzt mal. Und gucken, was dann läuft. Ich könnte mir sogar vorstellen, wir schaffen es heute durch. Weil das letzte, beziehungsweise New Nightmare, glaube ich, auch nicht so lang war. Es ging auch so neun Stunden. Und ich glaube, erstes Kapitel ging schnell, zweites, drittes länger jetzt, nehme ich mal an. Mal gucken, was mit dem vierten ist. Und ich nehme an, das fünfte wird auch wieder kurz sein. Also haben wir da vielleicht gar nicht mehr so lange vor uns. Ich mache jetzt mal ganz laut. Sekunde. Sag dir mal Bescheid, wenn es zu laut wird. Ah, das Klingel. Man will das doch hören. Das Sounddesign ist eigentlich ganz gut. Ah. Moment, sagst du da gerade, Moment, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Sagst du etwa, David Harber ist nicht, ist nicht anselig? Also der ist doch ein anseliger Kerl. Das ist doch ein kerniger Mann. Guck dir den doch mal an. Der haut dich doch um. Der war Hellboy. Also der passt aber, finde ich, auf jeden Fall. Der hat so ein richtig ordentliches, für die Zeit, der Plocher auch wunderbar, so ein grobschlechtiges, kerniges Gesicht. Und du weißt, der trinkt Schnaps. Der ballert. Was, Simon, was sagst du? Naja, auf jeden Fall ist er trotzdem, hat er ein Herz aus rostigem Stahl. Da fehlt halt was. Natürlich. Frage ist nur, ist es eine Sache oder sind es ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen? Hohles Kreuz. Irgendwas mit Eddie jetzt einfach. Ich hab kurz überlegt, dass ich mir, komm, da muss ich gar nicht lange überlegen. Ich kann doch einfach gleich sagen, wen ich meine. An wen ich denke. Ich muss ja sagen, dieser ganze Bewuchs, der gefällt mir. Ich glaube, es ist nicht schön, darin zu leben. Aber wenn ich, ähm... Wenn ich was designen könnte, wäre das so mit ganz viel Natur drumrum. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Ich meine, es garantiert richtig gute Luft dann. Oh, hier ist doch eindeutig irgendwas dahinter, oder? Ach komm, erzähl mir doch nichts. Da geht die Wand hier... Nee. Hm. Nichts davon sieht so aus, als wäre da... ...ne Öffnung. Aber vielleicht geht hier dann irgendwas weg. Hm, okay. Vielleicht auch nicht, vielleicht ein Bug. Ja, stimmt, Chat. Schüsse sind aber auch laut. Trotzdem sind wir das hier so nicht gewohnt. Aber ja, das war auch hier gerade mit dem Hall. Ordentlich. Die große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte, eines zwanghaften Lügendes verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Den mögen wir nicht, dem Bibliothekar. Oder ist der Streuner der dunkle Mann? Nee, der Schattenmann ist auch in der Bibliothekar ist, wurde mir gesagt. Nicht, dass er der Bibliothekar ist. Also ist er der Streuner. Und was der Bibliothekar ist, müssen wir halt mal gucken. Dazu brauchen wir das Kreuz. Und es ist, wie ihr wisst, ein Kreuz mit dem Kreuz. Wir werden das nicht so schnell schaffen. Ein Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Okay, und da ist dann alles drin. Also da ist dann, also es ist total interessant eigentlich, finde ich, als Idee, dass wir im Kopf von jemandem sind, wo wiederum andere Leute ihr Unwesen treiben. Auf die eine oder andere Art. Das finde ich irgendwie eine schöne Idee. Habe ich so jetzt auch nicht... Habe ich... Naja, wobei, es gibt natürlich dieses in Gedanken Ding. In Hollywood mit Inception, aber in Spielen auch schon länger. Psychonauts. Aber ich sehe es trotzdem gerne und auch irgendwie gefühlt immer noch zu selten. Da bietet sich einfach so viel an. Stellt euch mal ein Spiel vor, was in dem Hirn von einem langsamen Wahnsinn, von mir aus sogar unverschuldet wahnsinnig werdenden Politiker oder so. Irgendwie sowas. Also keine Ahnung. So ein Beispiel, okay, ist vielleicht wieder jetzt zu politisch. Aber man könnte einfach... Da könnte man eine Menge mit machen. Also mit der Grundidee. Da gibt es... Es gibt eine Million Zombie-Shooter. Es gibt sehr wenig davon. Ich habe mich auch damit abgefunden, dass... Also ein bisschen muss ich immer an die Doctor Who Whipping Angels denken, wenn ich diese Statuen sehe. Ich traue denen einfach nicht. Seit Doctor Who kann man da eigentlich keiner Statue mehr trauen. Auch keiner Schaufensterpuppe. Nichts, was da steht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass... Oh, ist doch nur eine Sache. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es hier ein bisschen ruhiger zugeht, dass hier nicht so viel geballert wird. Ich glaube aber, dass gleich eben noch mindestens ein Monster kommen wird. Aber da... Ihr müsst so ein bisschen... Euch so ein bisschen runterdenken. Es ist primär atmosphärisch und so ein bisschen auch... Fast schon Walking Simulator mit Rätseln dazwischen. Nachdem der hängende Raum gebaut worden war, da ist der eingesperrt, wurde sein Schlüssel an den BWDK des Konvents Hubertus gegeben, um Jeremys dunkelste Geheimnisse vor neugierigen Augen zu schützen. Okay, der, der träumt. Was? Also, der Band traue ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Es kann immer passieren. Alle sind wach. Gut. Gleich wird abgefragt. Bevor ich das jetzt nehme und wir wieder den Bass des Grauens auslösen, kann ich ja hier vielleicht... Ah, hier, das ist ja... Ich benutze das häufiger, okay. Das ist wie so ein Schlüssel. Ja, okay, dann wissen wir ja, was wir machen müssen. Bereitet euch vor, meine Freunde, denn gleich wird der Bass... Oh, shit! Die Mini-Mads! Es geht ja nicht! Wartet, wartet! Gleich wird der Bass... Ballern! Ballern, ballern, ballern! Ballern! Ballern, 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 ballern! Ballern, ballern, ballern! Ballern, ballern! Ballern, 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 ballern! Ballern, ballern! Ha! Okay. Ah! Was? Einfach am Ende noch mal schießen, ich bin mir halt, ja, das ist wahrscheinlich das Logischste, aber ob das jetzt bei so einem Wesen wirklich was bringt, ich dachte halt, ich müsste vielleicht abhauen, aber nee, ballern, einfach nur ballern, okay, komm, 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 da muss ich irgendwie hin, wie kann ich da draufhören, der Nebelmann, was, nee, okay, es ist aber auch komisch abgemischt, egal was man macht, so, wir nehmen das Ding und, tja, das Ballern hat ja gerade nicht funktioniert, nee, da habt ihr gesehen, was da passiert, sie hat sich direkt an den eigenen Schädel gehalten, du kannst nicht, vielleicht die Schaufel, das wäre vielleicht gut gewesen, so, eine Nische zum Reingehen, du meinst das hier, ne, nee, da waren wir eben schon, oder du meinst die vielleicht hier, aber ich glaube auch nicht, dass die Entwickler einen vor so eine ausweglose Situation schicken, das ist schon irgendwas, was man hier machen kann, so, ich habe jetzt leiser gemacht, keine Sorge, ich habe ja das Kreuz, also muss ich drüben einfach nur hin, oder? Ja! Geh! Ich bin dem Schwarz-Weiß-Mann entkommen! Nein, nicht hoch! Ah! Hoch! Ah! Warum sind da so viele, ist der überall, oder sind da einfach mehrere? Ah! Okay, der kann einfach beamen! Okay, es geht nicht! Schaufeln ist auf jeden Fall eine Alternative, die ich mir noch aufhebe! Äh, und wenn ich jetzt ganz hoch gehe wieder... Sag mal, jetzt spiele ich hier irgendwie so Katze und Maus mit dem Kollegen! Katze und Maus mit dem Schattenmann! Ah, Mann! Aber vielleicht kann ich ja auch... Der scheint ja jetzt auch nicht so mega an mir zu interessiert zu sein! Kann ich hier runterhüpfen vielleicht? Ne! Da dümpelt der auf seinem Rauch! Du wärst aber in vielen europäischen Clubs und Bars und Cafés nicht so gern gesehen! Da sind dann nämlich junge Leute, die wollen nicht, dass du hier die ganze Zeit einen abqualmst! Die ganzen in den Cafés, die Mütter mit den Kindern... Kannst du dich da einfach hier mit deinem... Denkst du denn, du bist Krogi? Ja? Ja? Also ich hab das Gefühl, dass der einfach immer wieder hinterherkommt, da wo ich halt hingehe! Aber vielleicht... Ist es ja nicht so, wenn ich... Langsamer laufe und er endlich auf meine Fährte kommt! Okay, hier steht er auch! Okay, aber hier geht's... Da ja auch noch weiter! Aber da ist die Leiter nach oben, oder? Nicht nach unten! Jetzt hätte ich... Jetzt bräuchte ich einen nach unten! Ne! Die will ich nicht! In der Wand ist ein Durchgang mit Efeu bedeckt! Shit, das könnte es sein, ja! Aber ist das wahrscheinlich oben! Ich mein, der Effekt mit der Farbe ist auf jeden Fall gut! Weil er hilft, die Reichweite ungefähr einzuschätzen auf ne... Bedrohliche, subtile Art! Okay, jetzt macht er hier wieder... Wo ist denn... Wo ist denn ne... Heiße... Äh... Qualmschlampen 5! Das hab ich doch schon mal ausgeliehen, die hatten das doch! Heiße Qualmschlampen 5! Äh... Dämpfe, die sie... Äh... Äh... Bezaubern werden! Oder war das vielleicht doch eher hier... Quot! Quoten! Qualmende Quoten! Schloten! Drei! Ich muss mal gerade meinen Controller... Neul resetten! Okay! Ne... Ach ne... Das ist vom Spiel! Sobald man so einmal weg guckt... Seht ihr... Geht's immer wieder zurück! Deswegen muss man so manchmal gegenhalten! Mann, jetzt will er aber auch gar nicht mehr weg! Ja, dann muss ich ja oben rum! Ja... Ich hab wahrscheinlich wirklich den Durchgang übersehen oben! Hm, oder was hier oben? Da war doch... Äh... Lass mich mal gucken! Rauchende Ronja! Die ganze Reihe haben die! Mein Gott! Nein, die kenn ich schon! Die ist nicht so gut! Dann noch hier! Nebel! Nadja! Geht aufs Ganze! Ist quasi feucht-trocken! Naja... Irgendwie... Hab ich da keinen Bock drauf! Da guck ich doch mal lieber, ob die vielleicht noch... Okay! Ich hab keine Ahnung Leute! Es ist... Kompliziert! Ja! Vorbeigekommen! Okay, es war doch viel einfacher... Und fast schon ein bisschen dumm... Wie ich da jetzt einfach dran vorbeigekommen bin, wenn ich mir ehrlich bin! Ich weiß nicht... Aber ich denke, das wird schon richtig sein! Nein, da ist er ja auch wieder! Ah! Ah! Ist hier nicht irgendwas in der Wand gewesen? Keine Karte. Da, ne, da ist ein Riss. Aber den meintet ihr nicht. Ich meine eher, ich glaube eher gemeintet, irgendwas anderes in der Umgebung, was es vielleicht jetzt gar nicht war. Es könnte aber trotzdem das hier sein. Aber egal was ist, wir kommen da nicht vorbei. Also er sucht mich auch nicht wirklich, ne. Er ist nur einfach da und nervt. Okay. Ja, das ist verlockend, ne. Aber ich glaube, das ist von der anderen Seite ein Raum, den wir schon kennen, der nur da ist. Vielleicht, um uns zu zeigen. Vielleicht auch nicht, ne. Ne, um uns zu zeigen, dass hier noch was ist, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Riss. Hier! Ich hab's! Ich hab's! Kommt eine Leiter oder geht eine Wand weg? Eine Leiter! Eine Emo-Trap. Wegen Emo-Trap. Mumie. Ich mag Breath'n Trazier. Das ist alles, was ich sagen wollte. Oh. Alter. Da läuft doch jemand rum. So langsam juckt mir die Knarre. Ich könnte mal wieder jemanden abknallen. Na, ihr versteht aber auch, was mich gestört hat vorhin an der Geräusche. Also, die Soundgulisse ist ja an sich schön. Wirklich. Aber sie ist irgendwie weird abgemischt. Und ich mach jetzt ein bisschen lauter, weil tatsächlich, ich wünschte es gäbe was, wie so eine Minimum-Pegelung, wo man sagen könnte, ey, wenn nix los ist, mach doch die Trittgeräusche ein bisschen lauter. Weil teilweise, ich höre ja, dass hier kaum was rüberkommt, ne, vom Sound. Und ich hab schon Kopfhörer auf. Naja. Ich hab auch ein bisschen das Gefühl, und das finde ich jetzt auch nicht, gar nicht so schlimm, dass Alone the Dark eher in, als Zielgruppe vielleicht eher ein bisschen die Casual... Casual und Nostalgie-Gruseler hat. Was gerade Nostalgie ist, ja klar. Aber Casual, glaube ich, weil... Casual mag diese Rätsel eigentlich. Also so Müsst, denk mal Müsst oder Riven, das waren immer mega die Seller und das haben dann auch eher wirklich normale Leute gespielt, sozusagen. Und das Kämpfen ist so selten... Also, vielleicht ist es auch Quatsch. Aber ich hätte das Gefühl, dass ich gar nicht so unbedingt die Zielgruppe bin. Deswegen bin ich mittlerweile mit dem Spiel auf einer chilligen 7 von 10. Der Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Hey! Detektiv! Juan! 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 Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchen. Ich fürchte, es gibt keinen Platz. Ich war so nah dran. Ich muss etwas damit anfangen können. Komm schon, Kambi, denk nach! Los! Im Portfolio. Rex. Genau. Vier Glück, Detektiv. Ich bin ruhig. Mir glaube, er hat es was von Scheining. Auch weil Tote lebendig sind. Allein an diesem Ort? Ich wäre in aller Munde, wenn die Presse das erfährt. Hey. Ruth, oder? Jetzt tun Sie doch nicht so. Ich bin sicher, Sie haben schon eine ganze Akte über mich, Detektiv. Ich schätze, wir wurden einander nicht vorgestellt. Ich bin Ruth Tolland, Miss Ruth Tolland, um genau zu sein. Edward Kambi. Enchanté. Sicher? Ich hatte mehr als genug. Nett. Ganz gut. Ich weiß. Ich habe guten Geschmack, Detektiv. Ich hörte, Sie versuchten, Jeremys Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Ja. Wissen Sie irgendetwas über diese Dinge? Nein. Aber ich frage mich. Wenn er es versprochen hat, Kann er nicht einfach zu seinem Wort stehen? Ich will Jeremy nur aus einem Schlamassel retten. Er soll mit uns zurück nach New Orleans. Falls alles schief geht. Was tun Sie da? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung vorm Schattenmann. Ich habe es in einem Traum gesehen. Okay. Meinen die nicht vielleicht das? Das ist ja dann so gesehen auch... Hm. Schnipps, schnipps. Schnibbidi-Schnapp. Schnupp, schnupp. Die Frick Shipping Company kennen Sie nicht zufällig. Oh doch. Die haben im Krieg groß verdient. Ihre Büros sind direkt da drüben. Wie haben Sie das gemacht? Was denn, Detective? Bonne Chance. Er ist vielleicht von Anfang an schon im Geist von diesem anderen Johnny. Haben Sie Emily Hartwood gesehen? Wollen Sie mich eifersüchtig machen, Detective? Nein, ich habe Ihre Kleine nicht gesehen. Da geht sie weg, die Level-Designerin, und lässt uns in der neuen Map zurück. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, diese Übergänge. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Ich finde, man braucht in so Spielen auch nicht immer logische Wege von A nach B. Schon mal gar nicht. Und es ist ja mittlerweile üblich, dass man in irgendwelchen Gedankenpalästen rumläuft, in irgendwelchen Albträumen, dass man in irgendwelchen Zwischenwelten, Doppelwelten, Spiegelwelten oder Anderswelten plötzlich auftaucht und verschwindet. Wir haben hier verbotenes Wissen. New Orleans liegt südwestlich von Dersetto am großen Fluss Mississippi. Das ist nicht verboten, das ist Wikipedia. Seine Altstadt, das französische Viertel oder das Vieux Carré, ist die Heimat der stolzen und oftmals reichen Kreolen. Rings um dieses Zentrum findet man eine große und vielfältige Stadt voller Leute, darunter die einfachsten Dockarbeiter, rücksichtslose Verbrecher, nach Jazz verrückte Flapper und natürlich die mysteriösen Voodoo-Leute. Nachts kann man am Ufer bei Dersetto stehend New Orleans stehen, wie es funken, gleich am Horizont glüht. Die Sichelmundstadt, naja. Ich idiote, ich jetzt aufschwinge. Ich war besser. Seine Altstadt, das französische Viertel oder das Vieux Carré, ist die Heimat der stolzen und oftmals reichen Kreolen. Der ist doch niemals Franzose. Darf der das denn überhaupt? Also, ich will ja nichts sagen, aber das war schon besser als meins. So, hier ist ja auch noch was. Nee, das, äh, ach, da gibt's auch noch einen Bonus-Text. Komm, das haben wir noch gar nicht, äh, uns angehört. Die Einsamen und die Verlorenen wandern durch ein Land der Furcht. Wenn es nichts gibt, was du erkennen kannst, und niemandem, dem du vertrauen kannst, bereitest du dich auf das Slimste vor. Ja, ist vielleicht Spanisch, ne? Etwas wird kommen. Und du solltest vorbereitet sein. Nimm die Waffe aus dem Salon. Mach ihnen die Hölle heiß. Gut. Hab ich schon. Hab ich hinter mir, aber da seht ihr ein bisschen, was hab ich schon gesammelt. Äh, es fehlt dann doch immer irgendwie der allerletzte Gegenstand. Okay, und das war das Aktuelle. Irgendwie war Kahn wie nach New Orleans zurückgekehrt. In die Nähe der Docks. Er konnte das stechende Aroma des Mississippi River riechen. Vor ihm lag die Prex Importgesellschaft. Laut dem Buch in der... Oh, sorry. Oh, shit. Naja. Ihr habt's ja gehört. Irgendwie war Kahn wie... Ähm... Entschuldigung. So. Laut dem Bruder bemühtig sollte er dort drin die Adresse finden, an der Jeremy das erste Mal auf den Schattenmann getroffen hat. Um Jeremy geht es. Jeremy geht es, ne? Okay, hier sind wir hier. Die Prex Importgesellschaft. Laut diesem Buch aus Tarot Aya gibt es eine Verbindung zwischen dem Schattenmann und einer Vorführung, die Jeremy irgendwo in New Orleans besucht hat. Wahrscheinlich kann ich da drin die Adresse finden. Ich kann nichts dagegen sagen, was du sagst. Ähm, liebe Amys. Leute, für 52 Euro erwarte ich aber an sich sauberes Sound und Design. Von der anderen Seite verschlossen. Das ist schon wahr. Es ist aber in letzter Zeit wirklich immer häufiger passiert bei Spielen, fällt mir auf. Zumindest, wenn man sie früh spielt, dass dann da vielleicht zumindest von der Lautstärke manchmal alles nicht hundertprozentig... Ich meine, guck mal, jetzt können wir auch sagen, die Kette, die liegt auch ein bisschen zu hoch. Also die schwebt quasi. Ja, wir haben ja, 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 aber, äh... Es stimmt schon, ne? Kann ich nicht... Kann ich jetzt nicht wegreden. Das mache ich im Nebel, dass die Leute wissen, dass ich komme. Werfe ich immer so flaschend vor mich, damit die Leute zur Sicherheit, damit die wissen, ah nee, da kommt der Simon, macht Platz. Gar nicht so dumm. Für mich. Achtung! Oh, da ist das! Ah! Oh! Nebel to go! Ah! Sehr gut. Ah! Was war jetzt los? Wo war der her? Oh, ich werde zu alt für diesen Dreck. Okay, äh, statt der Schaufel wird gepaddelt. Oh, jetzt hätte ich gerne diese Minimads von Simpsons, ne? Da hat ja auch nicht eine gepaddelt. Wenn ihr aufpasst, kriegt eine gepaddelt. Kriegst eine gepaddelt. Wer von Wildwuchs übersät ist, kriegt eine gepaddelt. Oh, shit. Und bricht der Paddel, dann kriegst du eine geschaufelt. Ernsthaft, die geht nicht mehr? Oh, das ist doch gemein. Das macht ihn irre wütend. Habe ich denn irgendwas anderes? Ja, nehmen wir mal die Schrotflinte. Ich habe das Gefühl, der Typ ist weg. Ja. Da kann dich nicht mal der Rettungsring retten. Gut. Ja, sowas auch, ne? Das Spiel ist voller kleiner Ungereimtheiten. Warum blutet der Typ vor allen Dingen aus seinen Füßen? Das ist aber alles egal im Großen und Ganzen. Also, man darf nur kein, äh, kein, kein Mega-Highlight erwarten. Man muss halt wirklich wissen, ist ein angenehmes, nettes Spielchen. Ich würde es vielleicht aber auch nicht für einen Vollpreis kaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde vielleicht doch auch abwarten, bis ich das irgendwo, 20 Euro, 30 Euro, ähm, ist es dann schon wert. Weil es aber auch nicht so lang ist, ne? Das, deswegen. Okay, wir haben die Karte. Na, endlich. Der Kanalisation gibt es einen Tunnel, der direkt unter die Prax-Import-Gesellschaft führt. Ich wette, darüber komme ich rein. Wollte natürlich die, die Scheibe einschmeißen. Aber das ging nicht. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich fände es natürlich auch schöner, weil hier Schnaps natürlich so ein tolles Item ist, weil man damit Energie regeneriert. Ich fände es wirklich toll, wenn man dann aber auch immer ein bisschen besoffener werden würde. Ich meine, das ist ja eine wirklich klassische GTA-Schule. Soll ich da wirklich rein? Ja gut. Es muss sein. Oh, gut, super. Da habe ich ja eine Karte. Die gilt ja dann für alles. Jede Map. Schlüssel? Nein, nein, nein. Das ist es nicht. Das Schauermanns. Ich dachte mir, bevor ich den jetzt den Kram machen lasse... Ja! Was ist jetzt los? Der kommt nicht rein. Komm doch rein! Komm doch! Oh, geil! Durch die Wand! So sieht es aus. Durch gecheased. Das riecht nach dem guten... Weiß ich nicht. Der gute Erdamer. Das ist so ein richtig schöner 45% Käse, der da gerade... Oder vielleicht auch... Oh, was stinkt denn? Die ganzen Käse, die mir gerade einfallen, die stinken nicht so krass. Nenn dir mal ein Stinkekäse. Okay, aber das... Ich kann hier nicht weiter. Man kann ja mal gucken. Aber nee, das war's. Nur da runter. Ja, das ist so ein bisschen Wendekritik am Spiel dann auch so, dass die Extrawege und die Umleitung und die Rätsel durch die Orte alles sehr, sehr klein ist. Also so ein bisschen alles sehr klein gehalten. So, leider habe ich jetzt den Hammer nicht mehr, ne? Okay, da war auch eine Flasche mit irgendwas Brennbarem. Ein Monotov. Komm her. Hier ist so ein bisschen das Problem, dass ich die Scheinbahn nicht anders transportieren kann. Also er ist automatisch im Wurfmodus. Und ich traue mich auch nicht loszulassen. Ich kann hier nur ranzoomen. Guck mal, Y, X. Nee, ich glaube, ich kann den nur werfen. Rockford stinkt ordentlich. Es gab doch auch noch diesen Käse, der wirklich ein bisschen komisch auch riecht. Finde ich zumindest. Mit diesen Pfefferkörnern. Der so heißt wie in Battletoads oder so. Oh Gott, wie... Das ist alles so schlimm, aber diese Serie von früher. Zeichentrickserie. War es Battletoads? Ich weiß es nicht, aber da gab es Limburger. Ne, Limburger. Ne, es waren Biker-Mais from Mars. Okay, es gibt hier nichts mehr zum... Tut mir leid. Ist halt so. Biker-Mais from Mars waren es, glaube ich. Limburger. Und der Limburger Käse ist auf jeden Fall... Da haben wir was gefunden. Beim Drehen unserer Runden. Ähm, ja, Limburger finde ich ein bisschen eklig. Weiß aber auch nicht, warum. Eigentlich ist jeder Käse gut. Mit meinen bloßen Händen kriege ich das auf keinen Fall aus dem Weg. Okay. Aber wenn ich diesen Kran zum Laufen kriege, sollte es funktionieren. Kran ist der Plan. Oh, oh, oh. Ach, lass mich doch. Komm, da ist doch wieder verschlossen vorher. Die Kranplätze sind verschlossen. Biker-Mais from Mars. Ja, aber wirklich das, ne? Limburger, okay. Überall Zeug, das ich wunderbar benutzen könnte. Lässt mich fast denken, dass hier noch was kommt. Nochmal einmal zurücklaufen, während Monster kommen, oder? Vieux-Boulon ist angeblich der stinkendste Käse der Welt. Das würde ich gern mal... Also, die hatten ja schon diesen Fisch, der wirklich zu hart war. Den würde ich auch nicht wollen. Aber bei einem Käse würde ich zumindest das mal probieren. Ja, warum nicht? Na, wusste ich's doch. Frag ich's nur, wo kommen sie her? Ja, wahrscheinlich hier lang. Da. Oh, super! Na, also. Absolute Demütigung erreicht. Da ist noch mehr, okay. Ah, shit! Ah, shit! Boah, hier liegt nirgendwo noch irgendwas rum. Na gut. Also ich glaube, man hätte die auch noch anders ablenken können und so. Aber so ist doch nice, so hat es doch Spaß gemacht. Okay, hier kann ich rein. Da ist doch sicherlich zu. Ja. 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 Und deswegen ist es kein Resident Evil 4. Ey, alles Gute, Code. Zum Geburtstag. Immer wieder schön zu sehen, dass andere Leute auch Geburtstage haben. Und sich darüber freuen. Ah, das ist schon irgendwie ganz okay. Ist schon okay matschig alles hier. Ah, aber irgendwie dem Spiel fehlt es so einfach. Ich meine, das gibt es ja hier auch in Resident Evil. Wobei das aber schon okay ist, ne? Ich finde aber auch, die Gegnervielfalt ist einfach zu gering. Und die sehen ja nun wirklich alle gleich aus. Und die Kämpfe sind doch sehr repetitiv. Und da ist wenig zwischendrin. Jetzt eben war mal was cool mit den Flammen und so. Aber das war auch, glaube ich, nicht mal unbedingt so gedacht, dass die alle sofort in Flammen aufgehen. Aber sie haben dann doch immerhin recht viel da hingestellt, damit man diesen Spaß sich gönnen kann. Aber ich hätte die wahrscheinlich einfach so wegballern können. Und hätte gar nicht gemerkt, dass da so viele Flaschen rumstehen, weil das Spiel hätte es nicht wirklich verlangt. So weit, so gut. Auch schon wieder überall die Flaschen. Das ist wie gesagt komisch, dass man die nicht einfach, also eigentlich nicht komisch, dass man nicht sechs brennende Flaschen mittragen kann. Also es ist in anderen Spielen komisch. Aber hier hast du halt einen Vorschlaghammer in der Tasche. Aber die Molotows gehen dann aber nicht. Oh, die Tröne. Schub Neguras, die schwarze Siege der Wälder mit den tausend Jungen. Ah, der Schürhaken. Ach, schön. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Schön wäre, wenn die Waffen auch unterschiedlich benutzt werden könnten. Also wenn ich mit der Schürhake dann noch jemanden so vorne grapschen würde und zu mir zahnen würde, um ihm dann eine reinzuzimmern. Das wäre besser, als wenn alles dieselbe Animation hat. Hm. Ach, hier haben wir schon wieder keine mehr. Hm. Oh, ich habe auf jeden Fall einige Leute, die ich auskennen im Chat. Schub in Niggurat gehört zu den äußeren Göttern, ist ein Fruchtbarkeitsgottheit, wobei das Geschlecht in der Geschichte nicht klar definiert wird. Die meisten Erwähnungen sowie der Name schwarze Ziege der Wälder mit den tausend Jungen deuten aber auf weiblichen Aspekt hin. Ja. Kein Mann würde die Verantwortung für so viele Kinder übernehmen. Die würden alle sagen, nein, das ist nicht meins. Das kenne ich gar nicht. Wie, das sieht aus wie ich. Hör doch mal auf jetzt. Nein. So viele könnte ich gar nicht. Tausend. Ah, so. Oh. Hey, so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ja, ich auch. Ich auch, Baby. Die Tommy Gun. Auch klassisch platziert hier. So, jetzt müssen wir nur noch einer ein Ziel geben zum Ballern. Da, klassische Gegenstände auf jedem Schreibtisch der damaligen Zeit. Eine abgelutschte Zigarre, Glas Whisky, ein dickes Messer für Käse und Wurst. Und zwei Molotows und eine Melon in the Dark da hinten. Ei, ei, ei. Das ist lustig. Weil, ich hab, ähm, als ich geguckt habe. Moment. Als ich, ich wette, ich finde hier gleich was. Als ich nämlich geguckt habe, wie weit ich bin, äh, war ich in so einer Sammlung von Rätseln und hab dabei diese eine Geschichte hier gesehen. Mit genau der Nummer. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Ja, ja. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Und jetzt, äh, und das ist lustig, weil das war in dieser Liste eben scheinbar das letzte Rätsel. Ähm, und, äh, ich hab so weitergescrollt und hab mich gewundert, okay, hä, hört das Spiel jetzt hier auf oder was? Weil ich weiß ja, dass das, äh, in dem Kapitel ist. Und, ähm, keine Ahnung, um offen zu sein. Das hat auf jeden Fall da aufgehört. Äh, aber das hab ich eben noch gesehen und dachte mir, ja, okay, komm. Ich hab's mir sogar zur Sicherheit mal abgeschrieben, damit, falls ich's vergesse oder blöd werde, ähm, dass ich, äh, den Code dann habe. Äh, aber, ja, es ist halt 4, 5, 4, was auch total logisch ist. Ihr kommt sicher drauf, warum. Ähm, jetzt muss ich nur gucken nach links, ne? Ach, damit. Da ist die Frachtliste. Ein Sarkophag. Oh, da sollte man ein Embargo drauf haben. Das hat noch nie jemandem geholfen. Einen ägyptischen Sarkophag. Eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers. Bekannt als der schwarze Pharao. Der in der Galatin Street auftritt. Das Einzige, was mir gerade dazu einfällt, ist, dass ja eigentlich, wenn man's genau nimmt, die Pharaonen, das waren ja immer Männer, nehm ich mal an jetzt. Einfach, ich weiß es nicht. Und vielleicht ist dann der Gag, für den Gag nehmen wir an, das sind Männer. Das heißt ja, dass in jedem ägyptischen Sarg auch ein ägyptischer Sack liegt. Hä, wegen den Eiern. Ja, es ist, ähm, was soll ich sagen, es ist 21, 47. Ähm, besser werden sie nicht, ne? Ich bin ja auch schon seit, für mich ist ja auch die 8. Stunde. Ähm, ja, keine Ahnung, schwarze Pharao, die haben sich halt ne Mumie bestellt und bekommen. Ähm, los geht's. Das ist die Adresse, an der Jeremy, dem Schattenmann, das erste Mal begegnet ist. Ich seh Schattenmann immer als Beleidigung. Ich denk mir immer, das ist der Typ, der einen Schatten hat. Der doch, der ist doch irre. Der Schattenmann hier. Wer ist denn, wer schreit denn da schon wieder? Ja, das ist der Schattenmann. Aus der 3B. Ja, warum schreit der? Das weiß ich nicht, der hat einfach einen Schatten. Der schreit einfach. Ja, aber er muss doch einen Grund geben. Nein, Mann, deswegen hat er ja... Warum nennen wir ihn der Schattenmann? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, weil er seit 3 Jahren schreit. Immer wieder. Weil er einen Schatten hat. Und so geht es dann ewig weiter. Und so kommt man zu seinem Namen. Ich mach wieder ein bisschen leiser, ich hatte eben aber auch schon leiser gemacht, aber scheinbar nicht gut. Okay, ich will das nicht so machen. Ich will mit... Ähm... Genau, ich will Munition sparen. Nicht trinken, du sollst ihn werfen. Die sind alle bei denen. Alle Kugeln. Kirschlunde. Also, weil ich vorhin über Typen, äh, über Gegner im Spiel gemeckert hab, ich muss sagen, die mit dem Regenwurmarm finde ich Sahne. Das hat wieder was, das hab ich noch nicht so häufig gesehen. Aber da ist ein bisschen auch zu wenig dann, äh, passiert mit dem Arm. Ähm, aber an sich, I appreciate, ähm, the weirdness. Okay. Jetzt haben wir doch alles. Also, können wir da... Jetzt ist da ja unten dieses komische Loch, ne? Soll ich da reinhüpfen, oder was? Ähm, wir suchen nach der Adresse. Des Auftritts des Schattenmanns. Irgendwie war Karni... Karni war von der angenehmen Natur Taroejas. Ach, das sind, okay. Die anderen Sachen. Ja, hier kam er rein. Na gut. Dann gehen wir da hinten jetzt durch das Loch. Da muss ich direkt an die Rick and Morty Folge mit dem Loch denken. Eine weitere großartige Folge. Oh! Ne, ernsthaft? Ich kann da gar nicht rein? Na gut, ich mein, ich hab's jetzt irgendwie auch nicht erwartet, aber... Okay, so sieht's aus. Jetzt kann ich da lang. Oh, ich muss kurz... Nase jucken. Sieht so aus, als habe der Nebel sich gelichtet. Damit kann ich jetzt eine Erinnerung freischalten. Wenn ich mal genug davon finde. Es ist immer schwer, wenn man parallel Helldivers spielt, sich wieder abzugewöhnen, darauf zu achten, dass man nur nachlädt, wenn's komplett leer ist. Das Magazin. Aber weil in Helldivers ist das ja so mega wichtig und dann vergesse ich das erst immer wieder und dann denkst du dir, ah, okay. Ja, dann fängst du an, dir wieder anzugewöhnen und dann spielst du es halt nicht mehr und machst das in ein anderes Spiel nicht mehr. Und so geht der Kreis die ganze Zeit weiter, hin und her. Okay, die Nebelwand ist sicherlich noch nicht begehbar. Und ansonsten ist hier alles auch sehr praktischerweise zugeparkt. Da geht's nicht weiter. Okay, jetzt bin ich ein bisschen... Okay, dann ist das vielleicht die Adresse einfach. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nialatotep, der schwarze Pharao. Der uralte Magier, der tausend Leben lebte und tausend Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Sehen Sie sich um. Nein. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde Sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg, was man tun muss. Und was ist das? Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Jeremy, ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht. Ich muss dieses Opfer bringen. Gottverdammt, Jeremy. Ich werde Sie retten. Keine Sorge. Der will doch nicht. Wie rettet man jemanden, der nicht gerettet werden will? Naja, er wird so oder so gerettet. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. Mhm. Ja, das ist doch eindeutig auch wieder irgendein Rätsel da rechts unten, Mitte, oben. Auf 11 Uhr, 4 Uhr, ja und 0. Auf 50 Punkte. Wenn man von der Dart-WM ausgeht. Aha, okay. Keine Ahnung. Digi, yay. Was? Ich weiß es nicht. Gibt es hier vielleicht irgendein Muster? Manchmal gibt es Muster noch, die irgendwas andeuten. Aber hier auch nicht. Ja, ich weiß den Code nicht. Ich nehme an, man kann ihn hier irgendwie ablesen eigentlich. Ich muss mal gerade gucken. Okay, ich weiß nur nicht genau. Ah, warte mal. Okay, die lilafarbenen Symbole kenne ich natürlich schon. Die sind von dieser Zeichnung, die ich habe. Aber jetzt gerade frage ich mich, wie das nochmal genau damit jetzt zusammenzubringen ist. Ich habe hier nur die Reihenfolge. Ich weiß quasi, was für welche Nummern steht. Gemini zum Beispiel, das ganz rechts. Und Fische ist das mit den sich küssenden Brüsten, wo die Nippel aufeinander klatschen. Und das ist die 2 dann also. Und Gemini ist die, Moment, 3, 4, 5. Also 2, 5. Um jetzt mal mit 2 zurückzugehen. Da rechts. Rechts ist die 2 hier. Und das hier ist die 5. Und das hier ist, offengesagt, weiß ich es nicht. Sieht aus wie ein M mit einem ganz kleinen E hinten dran. Da, äh, Virgo. Also es ist 8. 2, 5, 8. Er ist einfach ein Genie, dieser Mann. Wie macht das? Ich kann sagen, mit seinem massiven Gehirn. Das Gehirn geht von oben tatsächlich bis in beide Beine. Die fetten Oberschenkel der dicke Arsch sind also in Wirklichkeit ein Vorteil intelligenter Natur. Er ist einfach smart. Und ja, natürlich ist es ein Durchgang. Der hat eine Menge Shit in seinem Kopf. Der hat eine Menge Shit in seinem Kopf. Das ist auf jeden Fall sehr Lovecraft. Ihr habt dieses Blinken auch gerade gesehen, oder? Man weiß ja nicht, es ist ein Grafikfehler wahrscheinlich schon, weil der war schon ein paar Mal. Oder war das so eine Art, solltest du mir was zeigen? Okay, er hat auf jeden Fall irgendeine verbotene Ausgrabung stattgefunden. Uh, weiß nicht. Von hier oben nicht so eine gute Idee, oder? Machen wir nicht. Ach, hier Seil. Okay. Ja, gut. Ach, kein Anker. Machen wir heute Finale? Naja, ich weiß nicht, wie lange es wirklich am Ende geht. Es wäre möglich, muss aber nicht. Ich weiß nicht, wie lange es ist. Der Tempel von Nefren K. liegt unter unserem Lager. Diese unheilige Stätte ist nicht eingestürzt. Und das trotz aller gegenteiliger Bemühungen. Aber sie ist im Sand versunken. Der Pharao ist schon lange tot und sein Name wurde methodisch aus allen alten Schriften getilgt. Aber diese Stätte des Blutes und des Schreckens, die gibt es immer noch. Der Tempel soll lichtlos sein, erbaut, um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen, die in diesem Universum umgehen. Durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen. Der schreckliche Aldebaran von Taurus, die schwarze Sonne, wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen. Denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos, das Mania la Tothet nennt. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens leuchtender Trapezoeder ausgeht. Kommt er wieder mit einer riesen Humpen, Kugero, Salz und Popcorn, zwei Mühlen-Snack, vegetarisch und Senf. Leider nicht der gute Senf. Der gute Senf ist leider aus der scharfe Senf. Das ist nur Standard-Scheiße-Senf. Na gut, nichts gegessen heute bisher, aber das ist ja... Ach, das läuft immer noch! Alter, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das immer noch läuft. Okay. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens leuchtender Trapezoeder ausging. Wenn sich die Lichtstrahlen über die Statue des dunklen Mannes vereinigen, wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt. Eine Botschaft an die Götter. Okay. Hey Leute, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Wir müssen mal ganz kurz, müssen wir mal eine Wurstpause machen. Sorry. Wir machen mal kurz eine Wurstpause. So. Ah, so viel Zeit muss sein. Wir stehen hier gerade an der Endzeit. Da kann man ruhig auch mal eine Wurst essen kurz. Ah, nee, also ohne Scheiß scharf, ähm, scharfer Senf ist das allergeilste. Normalerweise würde ich dir hier, äh, diese Wurst nicht mal angucken. Die Mühlen, äh, whatever. Äh, sondern würde mir nur die kaufen, wo, wie bei einer, äh, diese Beefy Roll, wo noch so ein bisschen drumrum ist. Ich kauf dann aber nicht die Beefy Roll, sondern die, weil vegetarisch und das eh irgendein Schund. Ähm, da kannst du dir auch vegetarisch holen. Äh, aber es schmeckt noch mal besser, wenn da noch so ein bisschen was drumrum ist. Wenn es nicht scharf ist. Oh, Scheiße. Oh, das ist leider nicht scharf. Hm. Der blaue Rocket Beansenf ist gut. Hm, ja, wusste ich nicht mal. Ich wusste, es war irgendwas. Aber ich hab keinen oder so. Würde ich mal probieren. Wenn der scharf ist, ja. Hm. So. Reicht. Hm. War ja auch nicht. Ich war gerade in der Küche. Ich hab einfach instant Hunger bekommen. Und wenn man Hunger hat, muss man essen. Hm. Oh. Okay. Danke, Leute. Weiter geht's. Und sobald die erste Cutscene kommt, werden die gesalzenen Popcorn aufgemacht, Leute. Ja. das mit der Einheit erst mal bis hin morgen Yoga gemacht am Abend um Ja, gut, dass ich nicht geballert habe, so habe ich mir das erspart, mich mit denen noch zu befassen. Das ist das Seil, was ihr da hört. Spinnen, müssen es ausgerechnet Spinnen sein. Das ist mein Hebel, das ist ein Hebel, Leute, guckt euch das mal an. Ja, mit zwei Händen an den Hebel. Zwei Handhebeln. Shit. Oh, 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 oh. Es ist die Sternenkonstellation aus einem von Jeremys Büchern, der Stier. Dieser eine Stern ist eindeutig größer, muss wichtig sein. Ich wette, ich muss die auch auf die Krone irgendwie lenken. Ich habe ein Gefühl, dass der Vertrag hier irgendwo versteckt ist. Aber wie komme ich ran? Vielleicht haben ja die beiden Todeslaser irgendwas damit zu tun. Das ist eben ein Gefäß, in dem die Organe, die man ja aus der Nase zieht, aufbewahrt werden. Ich wette, ich wette. Okay. Yeah. Geh. 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 Okay, da muss diese Linse rein. Ist das ein... Nee. Überraschend präzise gefertigte Linse. Mit einer Hieroglyphe, genau. Und die müssen doch wahrscheinlich richtig platziert werden. Also die strahlen an der richtigen Stelle vielleicht noch von der Krone oder so. Das war jetzt aber nichts. Das sieht funktionstüchtig aus. Ah. Es hat geklappt. Das war jetzt. Es ist doch ganz schön weiträumig. Da! Ah, das wäre so lustig gewesen. Na gut, dann mache ich das von hier. Ich weiß gar nicht, was die eigentlich macht, wenn die so mit ihrem Schall so rumschreit, was das am Ende bringt. Ja, diese Linse, die müssen wir natürlich auch noch machen. Hier, was ist denn hier? Das sieht auch komisch aus, ne? Ach, das ist... Ah, der war Schlange. Danger-Noodle. Wo ist sie? Hast du die Kiste geöffnet? Ich habe so viele Kisten geöffnet in meinem Leben. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Die schon mal nicht. Na genau, Norbert. Schön jetzt alles eingefettet, weil es mein Controller ist. Hm, der hat schon so eine geile Schimmerschicht. Da kannst du schon so richtig die letzten drei Wochenend-Snacks ablesen. So eine Perlmutt-Schicht. Grundierung nennt man das ja. Hm. Was ist hier? Okay, das ist genau dieses Symbol eigentlich. Na gut, für später. Eine Lagniappe. Hm. Hm. Ne, Hacke. Hm. Ne, jetzt bin ich wieder am Anfang. Das geht ja wirklich. Das geht ja... Das war nur so aus Gag. Das geht ja wirklich. Ich... I can't believe it's not Steinwall. Das war einfach nur Holz. Krass. Okay, soll ich jetzt da durch? Das klingt mir doch wie ein Geheimnis, was ich da gerade enträtselt habe. Und da... Es kann halt sein, dass das, ähm... Ne, weil hier ist ja ein anderes Symbol. Dass das hier woanders hin muss. Und zwar auf die... Kraken. Was? Hä, was? Was hat gek... Was? Was hat geklappt? Da drauf oder was? Ah, okay. Aber welche Tür ist jetzt aufgegangen? Die da, okay. Ja, dann gehe ich aber erstmal da runter. Ich muss Popcorn essen. Oh, oh, oh. Hm. Was? Okay. Ja wohl. Na Munition ey, sehr gut, hier waren ja auch schon andere ne? Ich weiß gar nicht, welches Rätsel ich gelöst habe, aber das ist ja, geht ja vielen Genies so, dass so die Auswirkungen ihres Tuns erst später wirklich sichtbar werden. Das zum Beispiel war jetzt keine smarte Sache, aber sie hat doch nicht geschadet. Alter, noch mehr von diesen Deichseln. Ich habe jetzt mal die Axt gewechselt gegen den Deichsel. Ja, damit. Natürlich. Also, die haben ja wohl Leute geopfert. Oder? Mit der Deichsel? Unangenehm. Aber warum ist das jetzt wieder weg? Oder musste das so sein? Ne, ich glaube das war, das musste irgendwie sein. Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter und packen auf dem Weg nochmal eine Linse dran. Auf der anderen Seite ist nämlich noch eins. Oh, das tut mir jetzt aber leid, dass ich hier diese... Oh, das tut mir jetzt aber leid, dass ich hier diese... alten Vorhänge abgefackelt habe. Ah, das musste sein. Okay. Für die Kunst. Hm, der dritte ist auch noch links. Wo ist denn der eigentlich? Genau. Da. Der. Okay. Nee. Nee, waren wir schon. Nee, waren wir schon. Warum ist das denn jetzt wieder weg? Ich verstehe es nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Da war ich doch gerade. Hm. Da hätte ich ja auch nochmal hinleuchten können, ne? Ich muss gerade mal gucken, hier kamen wir her, ne? Nee, wo kamen wir... Ich bin nicht mehr ganz sicher, wo ich überhaupt bin. Ah, okay, hier ist das. Dann gehe ich doch erst nochmal hier weiter. Wenn, dann komme ich eh am Ende irgendwo wieder raus. Äh, am Anfang nehme ich an. Ja, also. Hm. Hm. Wir haben auf jeden Fall den Linsenhalter. Naja, wird schon. Ich muss nochmal auf der anderen Seite runter. Hm. Hm. Vielleicht hast du recht, lieber Keller-Biest, dass ich mal versuchen sollte, die ganzen Vorhänge bewusst in Brand zu setzen. Ja, das könnte klappen, ja. Aber ich kann auch gleich nochmal ein bisschen weiter gucken. Aber ja, das werde ich als nächstes machen, sobald ich wieder eine von diesen Statuen sehe. Hupsch. Genau. Der dritte Edelstein muss noch aktiviert werden. Ist das hier der? Nee. Hm. Hm. Aber das muss im Grunde... Hier müssen überall hin. Glaube ich. Vielleicht geht es auch anders und ich muss da einmal obendrauf leuchten. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es sind die Steine. Hm. Vorhänge. Also irgendwas ist wieder aufgegangen. Da sind ja wieder irgendwelche rausgekommen. Oder sind die in den Vorhängen? Nein! Schade, weil das kann ich dann nur mit dem oben rechts verbrennen, den Rest. Und das liegt wahrscheinlich dann... Aber hier kann ich hin. Jawoll. Es hat geklappt. Also ja, sagt sie. Dann kommt nicht raus. Ich kann das nicht hinterlassen. Ich kann es nicht hin, sondern auf alle anderen'. Ich kann es nicht hin, da nicht vorst. Und wir fügen. irgendwo muss hier über den Spiegel Ah, vielleicht wird die jetzt her Okay, wir hören auf, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben. Ja, knusprig. Oh, der sieht lustig aus, ne? Ekelhaft von unten. Mit dem ganzen Gewürm da unten? Oder sind es die Kinder? Ja. Ja, das bringt mir leider nicht. Ich habe so viele mittlerweile. Ich brauche keine mehr. Ich habe eh nur einen Platz. Oh, hier vielleicht. Deswegen ist da was. Ne? Oh, ich dachte, beim letzten Mal hat es auch geklappt, ne? Dass das diesmal... Krass. Geht nicht. Okay. Deswegen. Da hoch wieder. Kann ich das nicht hier auch schon? Ich meine, das ist derselbe, wo ich gerade lang bin, ne? Aber... Ist ja gut. Ist doch gut. Ich will doch hoch. Ne, warte. Doch, einen noch. Ne, ernsthaft? Geht das nicht? Ne, die Pike lasse ich mal schön liegen. Ja, okay. Na, das war ja vielleicht eine kleine Zeitverschwendung. Das nehme ich mit. Endlich wieder Axt. Ach ne, das ist doch auch wieder nur so ein Ding. Na gut. Anderer Weg. Irgendwann wieder hochkommen. Hier wahrscheinlich durch. Ne, jetzt runter. Hat der mich mit Maden beschmissen? Sei nicht traurig, kleiner Madenmann, dass du mich hier heute nicht haben kannst. Aber ich muss weiter jetzt durch den Dungeon. Abonniert mich auf Mon. Da war ich natürlich überall schon, Mann. Jetzt, wo ich einmal hin muss, ne? Aber vielleicht ist es das schon. Hier oben ist die Dame mit den erhobenen Händen. Das sind so richtig kleine, gemeine Drecksäcke, ne? Kaputt gegangen. Ja, okay. Jetzt überlege ich mir, ich muss ja die anderen jetzt wahrscheinlich auch noch auf den dritten, auf die drei Kristalle, oder? Ne, es werden ja auch immer weniger. Es werden tatsächlich immer weniger irgendwie. Seht ihr? Man muss alle... Ja, okay. Jetzt muss ich doch einmal noch den unten erleuchten. Jetzt habe ich es verstanden. Moment. Oh. Oh. Nein, ich will doch hoch. Hm. Ja, wahrscheinlich von der anderen Seite. Oh. Oh. Nee. Auch nicht. Scheiße, genau auf die andere Seite. Ja. Arme Feierringer-Malayser. Nein, 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 das ist jetzt schon so Tomb Raider-Style. Wie dumm. Aber wie soll ich denn da noch Popcorn essen? Oh Mann, ich hab ja noch nicht mal mehr geschlagen. Nein! Na gut, nur sauge. Das ist euer Dünn-und-Dick-Darm, nachdem ihr das extra scharfe Curry bestellt habt. Und auf dem Weg nach Hause seid und der Bus hat Verspätung. Was ist hier los? Pille genommen. Plötzlich eine Pille genommen. Gerade wieder gut. Beruhig dich. Okay. Eine, das ist die ganze Aufwand, ne? Für so eine kleine Scheißbox. Das fühlt sich einfach enttäuschend an, verdammt nochmal. Erkennt psychologisches Trauma, durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung, zügelt manisches Verhalten, die Bedingungen des Schattenbeins, der Vertrag. immer noch besser als die Deutsche Bahn. Hey. Hey, Detective. Was tun Sie da? Ich hab was gefunden. Toll. War es Alkohol? Gott, nein, jetzt nur kurz den Atem verschlagen. Ich glaub, ich weiß, wie man den Pakt des Schattenmanns spricht. Was genau soll das bedeuten? Dass alles wieder normal wird. Äh, na schön. Äh, ich habe mehr Informationen über der Sado und die Patienten. Hier gehen einige wirklich seltsame Dinge vor. Ich glaube, zwei der Patienten sind tot. Vielleicht auch der Buchhalter. Oh ja, ich hab bloß aufgehört, mir Sorgen zu machen. Tja, halten Sie einfach die Augen offen, schätze ich. Was haben Sie nochmal gemacht? Jeremy hat ein Pakt mit dem Schattenmann geschlossen, damit der Wahnsinn nicht raus kann. Na schön. Ich werde ihn brechen. Ich hab nur... Wo ist der? Wo ist der Talisman? Hängt um Ihren Hals. Ach. Ich mache mir Sorgen, Detective. Quatsch, mir geht's gut. Ich mache mir Sorgen, dass Sie keine große Hilfe sind. Aber wenigstens sind Sie eine Ablenkung. Du hast ja keine Ahnung, was ich hier alles durchgemacht habe. Hören Sie mir. Ihr Geld ist gut angelegt. So wie es läuft, bin ich ein absolutes Schnäppchen. Haben Sie vielleicht noch was in Ihrer Schnapsflasche? Meine ist leer. Komplett leer. Stellen Sie sich das mal vor. Oh. Hm. Hm. Mhm. Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was den Hartwurtfluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Aber diese Tat würde den Untergang von Dessetto bedeuten. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach. Kriechendes Chaos. Errichte dein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist, werde ich hier für immer begraben bleiben. Er muss das psychologische Trauma erst anerkennen, bevor wir weitermachen können. Die Lügen müssen aufhören, damit wir die Mauern der Selbsttäuschung durchbrechen können. Schließlich muss das manische Verhalten gezügelt werden. Oh, okay, hier komme ich nicht weiter. Genau was diesem Ort noch gefehlt hat, wenig Hintergrundstimmung. Ich brauche ihn. Ich brauche den Schlüssel. Ich möchte mal gerade einmal was probieren, zum einen muss ich kurz mal speichern. Ihr seht, ich habe eigentlich noch gar nicht wirklich gespeichert groß. Und dann möchte ich einmal, einfach nur aus Spaß, möchte ich einmal hier die Characterskins ändern. Vielleicht können wir ja auch nachher nochmal einen Filter ausprobieren oder so. Ist einfach zu geil. Ich finde es einfach sehr lustig. Er muss doch hier irgendwo sein. Er würde das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Hast du den Detective gesehen? Wer ist der? Kann man ihm trauen? Ich glaube, er gehört zu den Guten. Du weißt schon, die wir. Wird er ihr Erscheinen gut heißen? Gepriesen sei die Mutter. Er muss davon nichts erfahren. Es wegen Jeremy hier. Beruhig dich. Ist noch nicht so weit. Gott, es tut weh. So wie ich das sehe, scheint der Detective Probleme zu lösen. Nicht zu machen. Sei einfach wachsam, falls er doch etwas ansteht. Was ist die Mutter lustig? Nein, es wird nicht so weit. Los geht es nicht so weit. Es ist nicht so weit. Seht dir nicht so weit. Ich hole dich. Wir leuchten. Es ist nicht so weit. Was ist nicht so weit. Aber ich verstehe. Wir leuchten. Wir lesen. Wir leuchten. Wir leuchten. dieser blick ist auch geil wer schwell auf der maus rum wenn ich dich finde mein freund kaufte doch ein eigenes herrenhaus schön ich wette sowas ist tim burtons speisesaal der hat bestimmt so richtig abgefahrenen eingerichteten speisesaal für besondere anlässe jesus was zur helle war das ok irgendwo in der nähe was habe ich denn da ich jetzt neu ist der opferdolch wurde so ein tempel zusammen den vertrag des schattenmanns gefunden ja klar zu einem guten vertrag mit dem schattenmann gehört auch ein guter opferdolch ist doch klar wie willst du das eine oder andere machen da warst du gar nicht henne oder ei was war zuerst wir sind wieder zurück im haus des grauens so wie resin evil auch geht man hier auch mehrfach oh sehe ich jetzt erst stimmt da war ja im treppenhaus da war ich ja vorhin ne genau da ist unten immer noch was frei das dann das letzte finale denke ich die speisekammer ist auch immer noch unberührt komischerweise also wo könnten wir hin wir kommen aus dem esszimmer oh ich muss mal unten gucken ich hatte das gefühl das kam von unten nur mal so keine sorge ich werde jetzt auch nicht das ganze spiel durch diese geschichten machen aber ich finde es schon irgendwie interessant wenn man jetzt nämlich noch ein filter dazu macht 8 bit letterbox classic noir sepia mal fangen wir mal mit sepia und ich mache mal die kommentare des game directors an so was finde ich nämlich auch mal ganz schön wahnsinn und die astat künstler kolonne eine monografie von jael klein anfang 1909 wurde die alte villa de cedo außerhalb von new orleans in eine künstlerkolonie umgewidmet drei berühmte europäische künstler mieteten das haus und das umliegende land von den besitzern der familie ledoux die kolonie wurde in erster linie von sebastian cortes geleitet der von seinen gleichgesinnten william argus und heinrich kassel liebevoll der kapitän genannt wurde die kolonie bestand sechs jahre lang bis eines tages alle zwölf mitglieder ohne spur verschwanden man geht im allgemeinen davon aus dass ihr verschwinden mit einem zerstörerischen hurricane zusammenhing der am 29 september 1915 die region heimsuchte aber es gibt keine klaren hinweise die diese annahme unterfüttern klar belegt ist dafür ihre häufige teilnahme am nachtleben von new orleans ihre begeisterung am geben von feiern und ihre ausufernden beiträge zu dem madigra paraden als die piraten von poncha train berichte über ihre lebens bei der namensgebung der plantage lag mit sicherheit kein versehen vor wir wissen dass elia pickford einen tempel für den kult bauen wollte für den er zwei jahre vor kauf des landes schon flugblätter verteilt hatte in denen er seine absichten kundtat man schätzte seine anhänger auf fast 100 männer und frauen vor allem seeleute gestrandete und kahuns als das anwesen gebaut wurde für außenstehende wurde de setor als eine von sklaven bewirtschaftete plantage gemeldet was es pickford und seiner gemeinde erlaubte jahrzehntelang unbemerkt zu wirken die offizielle version der geschichte ist dass der kult bis 1862 bestand hatte als die unions armee vorbeizog die plantage niederbrannte und alle vertrieb die dort lebten nach dem bürgerkrieg versammelten sich neue leute in den ruinen von der setor um eine neue fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden die schub niggurat obwohl das setor ein ungewöhnlicher name sein mag von dem nur wenige gehört haben ist er doch in gebildeten kreisen nicht unbekannt astat ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein schub niggurat jedoch ist ungewöhnlich es ist nahezu unmöglich dass jemand in losiena diesen namen schon mal gehört haben sollte der name wird nur in sehr seltenen büchern wie unaussprechlichen kulten und dem ekonomikon erwähnt und man geht davon aus dass es verschliffenes arabisch ist und zu den dunklen jungen gehörig bedeutet die wenigen zu der göttin abgedruckten absätze sind so verstörend dass niemand bei geistiger gesundheit jemals eine religion auf diesen grundlagen aufbauen wollen klingt wie der rocket business plan war schwer zu vertragen dass der haupt schuld am untergang des kultes trotz der steten verhaftungen und der tötungen mehrerer kultisten über die jahre der kult selbst war was sich gut in die reihe aller kult aktivitäten auf dessertos gelände einfügt als hauptmann jw norton der unionsarmee dort eintraf beschrieb er die menschen in desserto als mangel ernährt und besessen so sehr die armee sich auch bemühte sie zu retten sie werden sich dennoch entschlossen dagegen als könnte sie nichts davon abhalten sich selbst zu zerstören obwohl das verschwinden der astat künstler kolonie ein rätsel bleibt scheint das wiederkehrende motiv anzudeuten dass ihr schicksal mit wahnsinn und einem hunger nach der selbstopferung im namen der fruchtbarkeitsgöttin mit den tausend namen verflochten also da haben wir jetzt aber alles drin das necronomicon die fruchtbarkeitsgöttin ein kult der seine mitglieder ja wie zum beispiel auch in dead space zu monstern werden lässt offensichtlich wir waren hier natürlich schon aber das eben war neu die zwei pfleger hatten jeremy immer noch nicht gefunden kanvi nahm an dass das gute nachrichten waren emily hatte ihn an ein paar seltsame tode in des sedo erinnert und kanvi war sich nicht sicher wem er trauen konnte brich in dr grace büro ein das ist nämlich hier ein stockwerk höher dr grace wohnung aber wie soll ich da hochkommen ich habe es den dolch ich weiß nicht ob der mir wirklich hilft ich kann noch mal schauen schon karte wintergarten empfangsraum ist zu naja ich möchte eigentlich wieder zurück über die bibliothek also lieber diablos wenn du fan bist von lovecraft kannst du dir natürlich viele sachen anschauen da gibt es ein paar sachen sinking city ist nicht schlecht fällt mir ein von den neueren aber was ich persönlich gut finde ist ich glaube es heißt dogan das ist aber mehr ein walking simulator aber der wenn der mal günstig ist für ein paar euro hol dir den mal der ist auf jeden fall finde ich nicht schlecht den gibt es auch in wm ich glaube es heißt dogan der chat wird es gleich korrigieren wenn wir glück haben werden unsere besucher in vor sonnenuntergang finden und beweisen dass das alles unfug ist was wahrhaftig ist ist unser versuch sie anzurufen es ist einfach zu viel geschehen dieser abend darf nicht vergeblich gewesen sein dagon denkt an jack und cassandra sogar perosi deren hintergrund ich einfach nicht durchschaue grace ist unsere ziege ohne hörner sie weiß das und sie wird mitspielen du musst mit deinem bruder reden baptist ich mache mir sorgen dass er uns enttäuschen wird miss thompson wir gehen mal hoch und gucken was man machen kann genau der dogan ist der ist im dunklen turm und das spiel heißt dagon ist kein richtiges spiel aber es ist interessant ich glaube dr gray ist da drin also wäre jetzt eine gute zeit um sein büro zu durchsuchen wie er so ganze zeit so tut als wäre hier noch normales haus und normale leute und alles normal ist einfach völlig crazy town nix ist hier okay empfangsraum lottis zimmer bibliothek esszimmer dr grays büro okay aber wie komme ich dann rüber ihr seht schon gerade bei der dienertreppe auf der rechten seite da da ist zu und links beim esszimmer geht es ach du scheiße ich muss wahrscheinlich übers treppenhaus vielleicht dann da oben links wie komme ich in den unteren rechten bereich das ist wirklich schwierig aber da beim treppenhaus vielleicht moment ein hochgalerie wie komme ich zur galerie komme ich auch nicht hin weil die diener treppe auf der anderen seite zu ist das ist ja interessant also ich muss runter und dann muss ich überlegen wie komme ich weiter da ist veranda zu esszimmer ah nee ja okay da ist beim großen salon eventuell eine tür nach unten noch offen aber die ist dann wieder nach rechts zu schwierig gut okay runter esszimmer ich will den pflegern jetzt nicht begegnen ich weiß nicht ob ich denen vertrauen kann ist blockiert also das ist ja die 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 andere seite dachte ich wäre das ist blockiert ernsthaft wir haben den wintergarten wir haben einen kleinen salon da ist aber auch noch nichts empfangsraum alles quatsch echt komisch warum manche sachen erkundet sind manche nicht obwohl ich da schon hundertmal war das ergibt wenig sinn warum ist das abgeschlossen hier wo ich bin ist ja nicht so naja ist wurscht im back also ich kann auch nicht ins esszimmer kann darüber also auch nicht in den grauen bereich und ich gehe noch mal ein okay das auch nicht dass okay vielleicht muss ich über den dachboden vielleicht wollen die das stehe erst in den dachboden gehe was finde ich genau warum nee aber ich komme jetzt auch wieder nicht ich komme ja nicht in den bereich zum treppenhaus sobald ich aus dem esszimmer raus bin war es vorbei es ist so wird ich weiß wirklich gerade nicht was sie von mir wollen über den wintergarten komme ich in den küchengarten über den küchengarten komme ich aber nicht weiter selbst wenn ich hier in den keller gehe der ist eine sackgasse oben ist eine sackgasse glaube ich das hilft mir alles nicht also wenn ihr irgendwas seht sagt bescheid ich bin an dem punkt wo ich gerade jetzt nicht mehr weiß wo ich da am besten gleich ich meine ich muss einen umweg finden ja anderer weg in die treppenhalle ja danke welche treppenhalle meint ihr eigentlich meint einfach den was was meint ihr was in die treppenhalle ich weiß natürlich was die gruppen ein ich soll ja zum büro ne also ein treppenhaus es ist es bringt nichts ich weiß jetzt klo ich gehe trotzdem einmal kurz alles ab da hat sich ja eben auch ein bisschen was verändert vielleicht ist das die zettel zum beispiel lagen ja vorher glaube ich noch nicht rum sondern erst jetzt vielleicht ist ja irgendwo noch was wäre komisch glaube ich auch nicht aber lieber zur sicherheit kam heute noch ein stp br spiel raus ja wenn du mir den titel gibst kann ich das morgen noch mal spielen ne morgen bin ich bei der rocket beans ich bin morgen in hamburg das auch neu ich stelle auch gleich noch mal um das war jetzt ja mal ganz nett haben wir uns mal angeguckt ist aber jetzt auch nichts finde ich für ewig zumindest der sebia filter und noir naja gut schwarz weiß halt ne letterbox ist vielleicht mal ganz cool und am ende machen wir nochmal 8 bit ja ist krass was letterbox so ausmacht muss man wirklich sagen ich gehe nochmal in den wintergarten und gucke ob ich da vielleicht was finde und hinter mir der empfangsraum ist natürlich zu laut karte überall wird gesprochen scp blackout danke liebe hogan merke ich mir gleich mal aber es ist im moment auch wieder angekommen mit den spielen kaum hinterher keine sorge als nächstes mache ich wirklich endlich wieder tomb raider aber ich habe mir gedacht das spiel ist relativ neu und geht nicht so lange und ich finde es auch cool obwohl wenn es nicht super ist aber ich meine ich habe ebola gespielt ebola kommt übrigens neue teil raus für alle die noch noch interesse haben da kommt scheinbar so ein open world teil raus oder irgendwas in der art auf jeden fall kommt ein neuer teil mrs thompson ich weiß dass die vergangene woche sehr anstrengend war angesichts dessen ist es mir wichtig sie daran zu erinnern dass die angelegenheiten des shadows nicht für die öffentlichkeit bestimmt sind und sie sollten sie auch nicht persönlich beunruhigen bitte fahren sie mit ihrer ausgezeichneten arbeit fort und denken sie bitte nicht über den tod von perosi und vor allem nicht über den selbstmord von kassandra borgard nach das sollte sie oder die belegschaft nicht belasten ich verlasse mich auf ihre loyalität und baue darauf dass ihre enge beziehung mit den tabua geschwistern dafür sorgen wird dass desettos geheimnisse geheim bleiben dr gray so ist immer schön unter Druck gesetzt also das vom entwickler ich dachte schon gerade was as we were opening up more of their settle in chapter 4 it felt necessary to close something off to avoid having the player roam around unnecessarily in places where nothing was meant to happen but to let the player have one final look we lead them through the dining hall and the library but most importantly the conservatory if you have finished the game you already know that this is the most important room in the house this is where early on in chapter one we first show you the tree which turns out to be the final boss in chapter five hey even though the player doesn't know hat er mich gerade gespoilert der baum ist der borsche das geht ja gar nicht der baum ist der bors das ist das das ist geschehen also das ist wirklich denkbar schlecht gelaufen mit dem entwickler kommentar warum packen die auch dann einen rein der noch wirklich über ein kapitel hinaus spoilert ich meine vielleicht will ich das nicht zwei dreimal spielen nur einmal und will die kommentare mitnehmen aber ich mag die idee sehr aber das erklärt jetzt gerade warum ich so was normalerweise auslasse weil die entwickler oft halt nicht so richtig wissen ob sie alles ob sie noch alle tassen im schrank haben aber diese ganze botanik geschichte hatten wir ja eh schon ähm hatten wir ja eh schon eruiert ne natürlich nicht ich mach den achtbildfilter auch gleich wieder aus keine sorge oh shit so so haben wir das normales ein bisschen gesehen war doch schön ich mag das ich mag so spielereien wenn die den entwickler nicht zu lange zeit fressen finde ich das eine schöne ergänzung empfehlung für 60 euro ne bisher nicht also ich würde sagen warte mal bis es die hälfte kostet und ähm bis dahin kannst du eine menge andere horrorspiele spielen die vielleicht weniger kosten würde ich jetzt empfehlen also ich was soll ich sagen ich bin ja nicht so ein hater von embracer die ja schön auf den sack kriegen weil sie ähm ja ein paar spiele gecancelt haben weil sie halt geldnot haben weil saudi arabien ihre ihre sachen nicht kaufen wollte irgendwie und ja deswegen kriegen die spiele von denen in letzter zeit immer ein bisschen flack aber ich finde ähm dass die schon eine menge guter marken haben und die sind aber alle immer so im sieben von zehn bereich da kommen immer nur so sieben von zehn das war halt vorher thq nordic da waren dann auch oft sieben von zehn spiele einfach dabei die sind okay die kannst du machen aber da muss ich nicht unbedingt vollpreis spielen für irgendwo da drin muss es einen ersatzschlüssel für dr grace büro geben ich brauche den schlüssel wo drin wahrscheinlich im safe aber natürlich hä aber den habe ich doch nicht ich habe dafür nicht die kombination aber vielleicht hatte sie jeremy aber jeremy ist doch weg und wahnsinnig soll ich jetzt wieder in seinen kopf rein solide arbeit aber nichts besonderes ja genau das ist so so wie diese serien ne die man eigentlich nicht gucken muss aber irgendwie du hast die anderen drei staffeln geguckt und irgendwie magst das thema oder sie die machen ein paar sachen gut dafür bei anderen schaust du halt hinweg ähm so vielleicht so kann man es vielleicht vergleichen also ich will es auch nicht mehr schlechter reden als es ist aber ich will es auch nicht besser reden als es ist der fliegende holländer unverbotenes wissen wie schrecklich es sein muss zu erkennen dass deine besserung nur eine illusion war dass du so verliebt in die tugend des leids warst dass du trotz all der harten arbeit keine wirkliche anstrengung unternommen hast um gesund zu werden oder dass deine behandlung zu einer solchen obsession geworden ist dass du anstatt deine wunden mit der zeit heilen zu lassen dein fleisch in der hoffnung zerreißt dass es besser und schneller heilt wenn es doch nur so bluten würde wie du es dir wünscht werden wir jemals wirklich gesund was sagen sie doch der grey hm ich war gerade ähm irritiert war in meinem chat war das wort orgasmus geblockt gesperrt kann man nicht schreiben kann ja wohl nicht sein habe ich freigegeben wir sind ein sex positiv ähm stream ihr könnt von mir aus die Hose jetzt aufhaben ist mir doch egal ich sehe es ja nicht ich muss es ja nicht riechen den Abrieb ah 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 das ist der Ausgang aber da kommen wir natürlich ich kann nicht weg ich habe einen Job zu erledigen blick er da würde ich aber Überstunden aufschreiben mittlerweile so jetzt schauen wir als erstes nochmal kurz äh genau jetzt sind wir ja im Treppenhaus da ist die Veranda ich laufe nochmal weiter weil vielleicht ist hier ein Item noch irgendwo versteckt na toll ich brauche den Schlüssel ja das sagst du jetzt aber auch schon ganz schön lange jetzt bin ich aber doch in der Halle gucken wir nochmal Treppenhaus ähm da ist der Safe Alter warum juckt die so da ist der Safe da mit dem ähm Puzzleteil wenn ich hier ins Treppenhaus gehe kann ich oben ja auch noch weiter ne ah ja ok jetzt erstmal links und rechts rumlaufen jetzt und wir Natürlich nicht. Elia, ich weiß, dass du deine Zweifel hast und dass die furchtbare Mama Loa dir Lügen erzählt hat. Ich würde dich nie verraten. Ich verspreche es. Lottie. Lottie. Für mich? Detective Canby, es tut mir unendlich leid, dass meine Nichte sie in diesen Schlamassel mit hineingezogen hat. Und, bitte, bringen Sie sie mit all meinem Segen weg von diesem verfluchten Ort. Das meinte der Baum ja auch. Ich habe den Verschlinger der Welten vernichtet und auf dem Dachboden eingeschlossen und habe mich in ein Versteck zurückgezogen. Sagen Sie Emily, ich wäre in Sicherheit. Dachboden. Erzählen Sie ihr alle Lügen, die Ihnen einfallen, um sie zu überzeugen. Bringen Sie sie zurück nach New Orleans. Jeremy. Mh, mh. Auf gar keinen Fall. Irgendwie mag ich die Spiegel hier. Ich meine, ganz viele Spiele, wisst ihr ja selbst, machen sich die Mühe gar nicht. Machen die Spiegel dann irgendwie kaum sichtbar oder beschlagen. Aber hier sieht man auch warum, weil es mega der Aufwand ist, da nochmal so ein Spiegel mit reinzubauen, mit dem Charakter. Aber die haben es gemacht. Muss man auch mal würdigen. Die meisten machen es nicht. Okay, bevor ich hier rechts. Ja. Mh, genau. Mh, war ich denn jetzt in allen drei Zimmern schon? Eigentlich schon, ne? Da, wo ich rein kann, ne? Das war ja gerade eben, ja. Jetzt könnte ich noch zum Treppenhaus, aber das ist auch zu. Oder hier in Grace Zimmer, Cassandras Zimmer und das Klo. Ist denn jetzt die Tür eigentlich wieder offen? Ich meine, die war eben zu, ne? Wir waren hier, die war zu. Jetzt habe ich sogar das Ding, okay. Das hier ist aber noch nicht jetzt hier das Dachgeschoss, sondern das Dachgeschoss ist hier. Dachboden. Muss ich mal gerade schauen, könnte ich ins Treppenhaus reinkommen, über den großen Salon. Die Treppe jetzt ins Esszimmer. Ach, ne. Deswegen. Moment. Doch. Geht die Tür jetzt auch wieder auf? Dann könnte ich ja ins Treppenhaus. Dann gehe ich jetzt erstmal runter und gucke mal, ob die Tür jetzt wieder aufgeht. Warum das so ist, geht die... Ja. Warum das jetzt so war, so richtig, verstehe ich es nicht. Aber ich glaube, da oben habe ich auch alles. Ich gehe da runter, dann sind da die drei Zimmer. Die Galerie. Ja, ich habe es kühler, war ich überall. Ne? Aber sie sagen auch gar nichts mehr, ne? Sie lassen einen einfach dumm davor rumstehen. Hm. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist ja quasi der... ...Anfang gewesen. Und die ist wahrscheinlich auch zu. Ja. Ey, Entschuldigung. Müssen wir mal gucken, ob ich runter oder hoch muss? Ne, ich muss hoch. Ja. Ah, da war der große Saal. Und dann darüber. Ich gehe nochmal hoch, wenn ich schon da bin. Hä? Da habe ich doch letztes Mal aufgemacht. Warum ist denn da jetzt ein Item drin, was ich nicht nehmen kann? Ihr habt es auch gesehen gerade. Da war ein Item, oder? Ja, war klar, ne? Ist ja klar. Die werden nicht einfach... Am Ende ist das so ein Shuttle Island Ding, oder so. Und wir sind eigentlich der einzige Irre. Und alle spielen nur mit, oder so. Ja, die habe ich natürlich alle schon. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Treppenhaus, unten ist zu. Aber. Ich komme in den großen Salon. Von hier. Aha. Ich brauche den Schlüssel. Natürlich. Überall nur alles verschlossen. Ein Haus mit sieben Siegeln. Oh, du Arschgeigenspiel. Der Part ist halt so nervig jetzt gerade. Er wünscht jetzt gerne mit dem Entwickler mal über sein Scheiß-Icon darüber reden. Warum er gedacht hat, dass es eine gute Idee ist, nochmal durch das ganze Haus. Aber diesmal ist alles verschlossen. Aber dafür liegt überall nochmal ein Zettel, der vorher nicht da war. Weil du musst dir unbedingt jetzt nochmal die Story, die keinen mehr interessiert an diesem Punkt. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Aber jetzt, komm. Alter, wirklich. Werd erwachsen. Öffne den Safe in der Verwaltung. Ja, dafür brauche ich aber noch den anderen Typ. Ich bin jetzt noch ein Typ. Ich finde es nicht. Hallo Edis. Ihr seid gerade an einem kniffligen Punkt. Ich bin eigentlich im letzten Kapitel des Spiels im Endgame. Aber ich suche gerade noch irgendwie den richtigen Weg. Und habe mich ein bisschen nicht verlaufen. Aber ich finde so nicht so wirklich den Weg. Also habe Geduld. Und helft, wenn ihr eine Möglichkeit seht. Und helft, wenn ihr eine Möglichkeit seht. Wie ist das Game so? Es ist okay. Es ist okay. Ein okay Spiel. Sieben von zehn. Acht von elf vielleicht noch. So, jetzt gerade nervt es mich, weil überall Backtracking und das Spiel ist eh schon nicht so lang. Und ich denke mir dann immer, naja, das ist so ein bisschen auch ein Schuldeingeständnis der Entwickler, dass sie wissen, dass ihr Spiel zu kurz ist. Und dann füllen sie es irgendwie mit, ja, mit so ein bisschen Bullshit. Also wenn man sich überlegt, wenn ihr was bestellt und da ist, ist da dieses Verpackungspopcorn drin. Das ist Backtracking. Braucht irgendjemand Verpackungspopcorn? Nee. Ist einfach nur da, damit der Rest Luft hat. Ich habe so keine Ahnung, wie ich den Save öffnen kann. Ernsthaft. Also, Dr. Gray ist nämlich in seiner grauen Wohnung und wir müssen deswegen jetzt Dinge herausbekommen. Geradeaus. Na, ich habe jetzt auch nicht wirklich was gegen Lords of the Fallen. Ich war nur frustriert von dem Spiel. Das kann passieren. Ja, hier war ich natürlich jetzt auch schon. Hier ist die Doktor-Nummer. Ich komme irgendwie aber auch nicht. Ich wollte eigentlich die anderen Türen mir mal angucken da unten. Aber da war ich auch schon. Da war ich irgendwas, ähm... Ich wollte in die Galerie und dann auf die andere Seite. Genau, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, da. Detektiv Carnby. Schön, Sie wiederzusehen. Ist der Fall schon gelöst? Ich bin dran. Hey, Grace, geht's dir gut? Oh, ihr geht's einfach prächtig, Detektiv. Freust du dich denn schon auf das Johannes-Fest, Grace? Kannst nicht erwarten. Kinder. Wunderbar, oder? Was genau ist der Plan für heute Abend? Oh, nicht viel. Wir essen, trinken und dann ehren wir den Wunschbaum im Wintergarten. Das Übliche. Warum dann die Aufregung? Heute Abend ist einfach besonders. Etwas ist anders. Wir spüren es alle. Außerdem haben wir ein paar neue Worte für das Gebet. Dank Ihres Freundes Jeremy. Sie wird kommen und die ganze Welt verändern. Und alles wird neu beginnen. Das klingt seltsam bedrohlich. Sie sollten kommen. Gott verdammt, Grace. Lauf einmal nicht weg. McAfee war ein nutzloser Schmarotzer. Allein seine Anwesenheit schon reichte, Karnby zu reizen. Es war wie der schlimmsten Version seines Selbst zuzusehen, wie sie ihn einfach durch ihre Wertlosigkeit verhöhnte. Karnby genoss es zwar, dem Kind zuzusehen, wie es den Säufer an der Nase herumführt. Aber etwas an Grace war ihm auf erschreckende Weise vertraut. So, als sollte er sich erinnern. Konnte er es aber nicht. Okay. Da fehlt etwas. Habe ich nämlich nicht. Schlüsse mag ich sehr. Erdgeschoss. Behalte ich, Bescher. Wir wollen ja nicht, dass ihr verloren geht. Da. Vielleicht meinen sie das Treppenhaus, ne? Ins Krankenzimmer. Oder sie meinen mit Flurschlüsseln. Halt hier diese Schlüssel. Äh, die verschlossenen Türen. Die ja vorher eigentlich offen waren. Ah, ne, grün. Okay, sie meinen das da unten. Beim Treppenhaus. Okay. Also. Runter und dann durch das Blaue. Oh, ich glaube, das ist falsch. Aber vielleicht liegt ja doch noch irgendwas. Ja, tut's auch. Hier ist auch noch ein Zeichnungsrätsel. Komisch, den Kastenteufel konnte ich nämlich die letzten Male nur benutzen, aber nicht mitnehmen. Warum? Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wenn ich nicht mehr. Oh. Oh. Ah. Das ist ja wie Alan Wake. Hm. Okay. Okay. Okay, in die Verwaltung. Backtracking. Dann zur Zeichnung. Zurück. Wieder hinlegen. Oh, habt ihr den mitgeschrieben? Na gut, egal. Gucken wir uns gleich an. Ich habe den nämlich jetzt auch nicht mehr. 913 war es, glaube ich. Mit 913 bist du dabei. 666913913 Rubel dir dein Ei. 913913 Die ganze Nacht für dich da. Ich liebe die, äh, äh, den Duft von gelösten Rätsel am Abend. Jetzt mit der 913 bist du dabei. Und der Schattenmann wartet auf dich. Und du? Ach, der ist schon weg. Der wollte sich nur kurz mal strecken. Vielleicht habe ich dem alten Säufer Unrecht getan. Sieht so aus, als hätte McCorfy da drin etwas versteckt. Manchmal glaube ich, dass dieser Ort dafür sorgt, dass es mir schlechter geht. Dass der Säufer zu meinem Grab werden wird. Ein Sarg gemacht aus angeberischer Architektur. Aber ein Taj Mahal für die Betrunkenen und Deprimierten. Der Säufer hat etwas an sich. Genau wie Dr. Gray. Als würden wir alle nur vorgeben, hier zu sein, damit es uns besser geht. Aber in Wirklichkeit sind wir hier, um vergessen zu werden. Ach ja. Nee, warte mal. Aber ist das nicht der Richtige? Büro des Sekretärs. Ähm, Verwaltung. Ah. Scheiße. Ey, wo ist denn die Verwaltung? Ich sehe keine Verwaltung. Ich sehe keine Verwaltung. Durchbricht die Barriere der Selbsttäuschung, seh dir den leeren Raum an. Das war eben, ne? Ah, der leere Raum und rechts der 0,3er. Ja, okay. Das habe ich noch nicht gemacht. Moin Nicola. Schön, dass du da bist. So, der dritte müsste dann der geheimnisvolle Raum sein. Der Raum der Selbsttäuschung. Hier ist auch der Safe. Oh, hier ist vielleicht die Verwaltung. Siehst du, ich wusste es. Du bist auch... Du bist auch nur eine Vorstellung von ihm. Ich kenne diese Zahl. Aber woher? Ich war das. Ich habe das geschrieben. Mhm. War das jetzt 913 oder die, die ich eben gefunden habe? Hm. Scheiße. Nee, falsch. So, wir machen nochmal 9. Nee. Vielleicht andersrum. Auch nicht. Okay, dann ist es die. Dann ist es das. 1, 9, 6. Auch wenn das komisch ist. 1, 9, 6. Okay. Ja. 1, 9. Und dann nochmal die 6. 1, 9, 6. Auch nicht. Jetzt weiß ich es aber auch gerade nicht mehr. Moment. Ja, 9, 1, 3. Kombination für den Safe in der Verwaltung. 9, 1, 3 haben wir jetzt schon wirklich probiert, aber das ist ja auch nicht die Verwaltung hier. Also, der Code war für die Verwaltung. Der leere Raum fühlte sich immer vertraut an. Er roch vage nach geknickten Blättern und nassem Sand, was Besucher den Eindruck vermittelte, hierher zu gehören. Aber das war natürlich nicht echt. Aber immer noch realer als viele andere Dinge, die man finden mochte. Inventar. Jeremy Buster. Nee. Ich mach einmal das nur, um es gemacht zu haben, um zu wissen, dass es nicht daran liegt. Hm. Date of Admission, 9, 1, 3. Er muss das psychologische Trauma erst anerkennen. Das ist ja wirklich auch nochmal 9, 1, 3, ne? Interessant. Ja, der Opfer geht deutlich keine Verzweiflung, dass Jakobs Auge entfernen. Noch hab ich's nicht ganz verstanden. Na gut, es wird Zeit, dass wir Jeremy aus diesem Vertrag rausholen, damit wir hier verschwinden können. Irgendetwas sagt mir, dass ich dafür meinen Talisman brauche. Was ist scripture einfach, dass wir ja noch nicht verstanden sind? Ich bin ja sappet. goldenen Ich war ja nicht mehr für Michael Wolfsack. Ich bits워儘te dich oben auf mich machen, muss ich sagen. Mal rutsch. Ich versuche, das ist geg remembering nicht schwierig, sondern ich werde anerkennen. In Gott, es wird нес Cube, um das bandaverzu vaihen. Wie ist das Ein Septem його Se cue? Ich versuche mich auf ihn. Das ist auch immer wieder. Ich bin ja noch nicht. Wie ist das下 oftentimes, der gold class起ule. Einmal noch. Pack. 1,96, 9,1,3. Kann schon sein. Andersrum. Nee, 1,6,9, schon. 1,6,9,9,1,3. Nee, 1,9,6, 9,1,3. Aber ich weiß gerade gar nicht, wie ihr darauf gekommen seid, aber ich glaube auch nicht. Ah, zusammen kombiniert, ne? Okay. Ja, ja, okay. Die beiden Dinger. Alte Münze. Kolonie. Detektiv. Ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich. Aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen, müssen Sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden. Passen Sie auf sich auf. Okay. Wie lange war ich wohl hier? Nee, doch. Ich frage mich nur gerade, ob das nicht vielleicht ein Stockwerk weiter runter ist. Da gibt es ja auch nochmal drei Räume und da war ich noch nicht. Und das würde nur passen, dass das jetzt hier... Oh, da habe ich ja immer noch nichts für. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas verschwunden. Doch, die Münze. Geil. Hm, das ging doch gut. Aha. Das sieht nicht gut aus. Warum sollte McCarthy das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Und hätte sie dann nicht einfach ein neues Bild malen können? Naja, vielleicht ist es nicht so einfach. Das hat hier seine eigenen Regeln. Wir suchen jetzt natürlich das Zimmer von Grace. Geborene Nakamura. Ey, was ist mir los? Was zur Helle ist denn hier passiert? Das ist jetzt die Demo, oder? So ähnlich sah es doch in der Demo aus. Das war die Stelle. Oh, shit! Mom! Ah! Ah! Immer noch! Oh Oh Bis heute annehme ich die Axt doch. Bis heute weiß ich nicht, wie ich die überhaupt mit einer Nahkampfwaffe erwischen soll. Ach, wo? Ach, wo? Das war's für heute. Mann, habt doch alles. Da ist richtig. Da, oh, da ist es. Okay. Ah, das ist es. Ist es das nicht? Doch. Nee. Nicht ganz. Aber das hier ist richtig. Okay, der hier ist es, ne? Ja. Was? Erinnerung. 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 Glaube ich. Okay. Er hat einen Tisch gezeigt und ein Sofa oder so. Jetzt wollen sie es aber wirklich noch mal wissen, ne? Warum sind hier jetzt Spalttüren? Warum sind hier mehr so viele Türen? Hier ist noch eine Tür. Achso, ich bin... Ja, okay. Okay, klar. Nein, ich bin... Ja, es wird falsch angezeigt, deswegen. Hier ist WC. Gucken wir kurz rein. Geht nicht? Okay. Okay. Das kommt mir bekannt vor. Wie kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Jeremy war doch nie hier, das bin ich. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, der Depression und dem Alkohol zu versinken. Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam ins Nichts abgeleiten. Wie eine schwere Decke wickelt sich eine nur zu willkommene, dunkle Stimme um. Geist. Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knall meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur bei der Suche. Okay. Also eine unserer Fälle. Noch was. Ein Foto. Vielleicht ist es ja der Schattenmann. Mein Gott, früher habe ich so viel getrunken. Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Ich schätze, ich muss herausfinden, wohin ich zuerst gehe. Okay, hier drin. Da. Es ist halt echt teilweise so wie ein Wake. Das ist schon lustig. Der Mann hätte ein Wild gestohlen, würde es verkaufen wollen. Thornhill. Ich erinnere mich an diesen Fall. Ein Mädchen war von ihrem Vater entführt worden. Der wollte den Staat verlassen. Sein Fehler war es gewesen, ein Lieblingsgemälde seiner Frau an einen Sammler namens Thornhill zu verkaufen, um seine Reise zu finanzieren. So habe ich ihn dann gefunden. Das ist ganz cool. Das hier ist cool. Haben sie ganz schön lange aufgehoben. Der rote Faden. Der rote Faden. Thornhill war kein schlechter Kerl, aber er hatte seine Prinzipien. Und die ließen nicht zu, dass er Informationen über seine Kunden ausrückte. Ich musste also Überzeugungsarbeit leisten. Es kann eben nicht jeder Job Friede, Freude, Eierkuchen sein. Krass. Ah, texanische Währung, ne? Ah, okay. Voll. Da ist der Leuchtturm wieder. Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft. In der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Das war einer meiner besten Schüsse gerade. Das war einer meiner besten Schüsse gerade. Oh! Uh! Uh! Oh! Ah! Kann man die auch noch irgendwie nahkampfmäßig Ah, was ein Gameplay Ah, was ist das? Ah, was ist das? Ich habe keine... Ich kann mal gucken, ob hier noch irgendwo ein Item rumliegt oder so. Hätte ich jetzt schon ganz gern. Na, wir gehen da gleich rein. Da kann ich nicht lang gehen. Da kann ich nicht lang. Da kann ich nicht lang. Okay, jetzt habe ich einen großen Kerzenhalter. Auch gut. Der Kerzen hält aber nichts aus. Na gut, mir soll es recht sein. Ah, verdammt. Ich muss gerade mal gucken, habe ich auch... Ja, nachgeladen, nachgeladen. Auch gut, okay. Auf dem Weg zum Hotel holten mich die Mordengänger ein. Ich schuldete denen Geld, viel Geld. Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wofür ich es ausgegeben hatte. Vermutlich ging es um irgendwelche dummen Spielschulden, die sich immer weiter anhäuften, weil ich sie nicht bezahlen konnte. Warte, ich schickte einen von ihnen zu Boden und die anderen reipen davon. Ich schickte dich. Oh, come on. Huh? Ah, du! Ah! Oh, 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 oh. 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 Ja man, mit gesattelten Verschlagringen. Da gibt es jetzt ordentlich was auf die Backen. Ich erkenne diesen Raum. Aber dort habe ich sie nicht gefunden. Ich muss ihnen gefolgt sein. Aber wohin? Aha, DeWitt-Borning-School. Oh, oh, oh. Ah ja doch. Ähm, ist es ein Remake vom PS1-Spiel? Nein, das hat nahezu gar nichts damit zu tun. Das ist, ähm, Namensgeber und Marke Only. Der Schattenmann wollte, dass ich das hier noch einmal sehe. Ganz eigene Geschichte. Aber ich sehe es immer noch nicht. Was habe ich vergessen? Ich sehe es immer noch nicht. Ich sehe es immer noch nicht. Ich sehe es immer noch nicht. Oh, oh, oh. Oh nein, das war die ganze Zeit über sie. Ich hab dich tatsächlich nicht erkannt. Ich sah damals etwas anders aus, nehme ich an. Ist irgendwas davon wahr? Was meinen Sie? Sie ist halt die eine, die uns immer wieder mit den Haaren und so immer wieder begegnet ist, ne? Es passiert so viel. Ich kann... Ich hab wohl den Kopf verloren. Soll ich mich entschuldigen? Ich meine... Es tut mir leid. Ich denke, ich kann das auch nicht erklären. Du bist nur ein Kind, Grace. Es tut mir sehr leid. Ich wollte das alles nicht. Lügen. Mehr Lügen. Nein, im Ernst. Ich dachte, es wäre richtig, dich zu deiner Mutter zu geben. Ich wusste nicht... Ich konnte nicht wissen, dass sie sich nicht um dich kümmert. Ach so, nee, okay. Aber dann ist ihre Mutter vielleicht auch die eine in dem Hotel, ne? Weil die sieht ja schon so aus. Hat nur hellere Haare. Eine Art von Schuldeingeständnis. Vielleicht Akzeptanz. Der Schattenmann will es so. Ich schätze, dann sehen wir zu, wie mein Vater wieder stirbt. Du denkst, dass er lebt? Ich weiß es. Er ist da unten, voller Angst, nicht rauszukommen. Dass er wieder mit seiner Tochter ertrinkt. Was sagst du da? Wir müssen ihn retten. Wir? Machen Sie das selbst. Ich bin da unten bei ihm, wie Sie wissen. Kann ich Sie wirklich retten? Es ist alles so lange her. Ich muss einen Weg finden, um dort runterzukommen. Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Es muss einen Weg geben, euch beide zu retten, oder? Warum wäre ich sonst hier? Vielleicht mag es der Schattenmann einfach, wenn man leidet. Da hat sie, glaube ich, einen Punkt. Keine Sorge, Kleines. Ich denke mir was aus. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das ist wiederum jetzt ein richtig Schatten. Das ist ein schöner, atmosphärischer Level. So, diese Sümpfe sind wirklich immer schön gemacht. Auch atmosphärisch. Die Brücke muss von hier gesteuert werden. Aber lass mich raten, sie hat keinen Strom. Nichts passiert, als würde etwas sie festhalten. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Oh, oh, oh. Na? Na, also. Jetzt sollte ich das Bedeutel sein. Was ist das? Oh, ernsthaft? Oh, ist ja schon, hat die ja schon bewegt, ne? Was ist das denn nochmal? Ah, ja, okay. Na komm. Wo ist sie hin? Ich hoffe wirklich, sie ist nicht gesprungen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ja, kann ich keine retten irgendwie, wenn ich kein Boot hab. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, da ist das Boot. Oh, 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 oh. Also um die Fragen zu beantworten, es hat ein bisschen was von Resident Evil 4, aber in nicht so gut. Viel weniger Action. Und auch kleinere, weniger Locations. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein Gott, Carnaby. Oh, 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 oh. Ich sollte Sie des Hauses verweisen. Jetzt gehen Sie! Hey, Detective. Mr. Carnby. Ich mache mir Sorgen um Sie. Mir geht's gut. Ich muss nur eben kurz durchatmen. Dieser Ort, er... Es sind einige sehr verwirrte Seelen hier. Und ich meine nicht nur die Patienten. Ich habe darüber gelesen, dass Darcedo einen verstörenden Einfluss auf Menschen hat. Das erklärt vielleicht ein paar... Dinge. Was? Sie ruhen sich aus, okay? Ich muss einen Weg in Dr. Greys Wohnung finden. Ich will wissen, was er verbirgt. Emily? Keine Sorge. Ich hab's fast. Ich bring alles in Ordnung. Seien Sie vorsichtig. Ja? Carnby hatte ihren Wagen von der Straße gedrängt. Er hatte Greys aus dem versinkenden Auto gezogen, aber ihren Vater ertrinken lassen. Er hätte ihn retten können. So viel Zeit wäre gewesen. Aber er entschied sich dagegen. Stattdessen brachte er Greys zurück nach New Orleans und sammete seinen Lund ein. Aber gut. Das gehört vielleicht aber dazu, zur Erklärung. Öffne den Safe in der Verwaltung. Ja. Kennen wir noch, ne? Das Rätsel. Verwaltung. Wo war sie denn nochmal? Ah. Büro des Sekretariats. Jetzt kann ich's endlich öffnen. Okay. Das machen wir noch. Ah. Ich habe dafür nicht die Kombination. Aber vielleicht hat es sie Jeremy. Ich brauche den Schlüssel. Hä? Ich meine, hier wird ja gesagt, ich kann's öffnen. Das wäre lösbar. Und haben wir das nicht sogar schon gelöst? Ich rauf gerade gar nichts mehr. Wir haben das doch eben schon gelöst. Ja, vielleicht war es doch der andere. Perrosis Zimmer, Batistes Zimmer, Jeremy Hartwoods Zimmer, Welches Zimmer? Konsequenz Zimmer, Wohnzimmer. In die Wohnung kommen wir ja nicht rein im Moment. Jetzt bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. Gerade mal gucken im Chat. Ich meine, wir haben das doch schon mal aufgemacht. Im Chat hatte mir jemand nämlich schon die richtige Kombo gesagt. Ich probiere es nochmal aus. Und zwar war das die 1,9,6. Ja, oder war es andersrum? Ich glaube andersrum. Linksrum. 9,1,3. Ne. Es hat geklappt. Na endlich. Die Rätsel sind echt ein bisschen verwirrend. Mein Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Ich muss das notieren. Denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt. Aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. Dr. Grace' Büro. Und ich habe es ganz für mich. Schauen wir mal, was wir über den Kerl herausfinden können. Was? Wahrscheinlich im Zimmer. Aber ich glaube, das haben wir schon. Ich glaube, das haben wir schon. Nämlich dieses Bild. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Burgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Grace's Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht. Ah, für den... Ja, für den Globus. Sehr verehrter Dr. Manzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis. für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche, operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden. Aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt. Aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art chtonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Tarueia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesen Chtonia bedroht und daher hat er sich einen anderen, weniger angenehmen Unterstupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Ah, das Treppenhaus oben links ist jetzt offen. Jetzt kommen die letzten Bereiche. Ah! Oh! So, den Safe. Ich meine, ich verwundere mich nur, weil der immer noch angezeigt wird als weiß. Aber ich habe ihn doch jetzt komplett aufgemacht, ja. Die Karte ist ein bisschen kaputt, wie ihr seht. Okay, aber jetzt kommen wir zum Treppenhaus. Also einfach geradeaus auf die andere Seite rechts lang. Langsam kenne ich die Architektur. Ich halte das nicht mehr aus. Es muss aufhören. Und schon ist hier ein anderer Raum, ne. Oder eine andere Zeit eher. Es war ja eigentlich alles abgedeckt und längst verlassen. Ich halte das nicht mehr. Oh! Eine Zwiege ohne Hörner. Ich habe schon viel gesammelt. Es gibt aber immer noch ein Bittermatt. Ich habe schon keine Zwiege ohne Hörner. Ich habe schon hello. Die haben die doch offensichtlich da einfach runtergeworfen und nicht mal richtig sauber gemacht. Der Theto steht auf dem Leichgrund für das Groteske, ein Tempel, der dem reglosen Wachstum geweiht ist, der hässlichsten und krebsverseuchten Seite der Natur. Man mag seinen Geist eine Weile absehmen können, aber sei versichert, mit der Zeit wird deine Seele dieser grässlichen Gottheit huldigen. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt haben. Das ist die Geschichte eines jeden Mannes und einer jeden Frau, die sich um diesen alten Hain versammelt haben. Sie alle quaken, bellen und meckern, weil ihre eigenen Körper von Angst erfasst werden und versuchen, das Böse auszuspeien, das diese Worte heraufbeschwören. Ie, ie. Ne, das ist ja zu. Oh, ich brauche den Schlüssel. Ich muss ja eigentlich zu dem Globus. Röntgenbild. Patient Jeremy Hartwood. Datum 14. Juni 1930. Platten. Es hat sich als schwierig herausgestellt, Jeremys Schädel richtig abzubilden. Teilweises Röntgen hat am besten funktioniert. Ein vollständiges Bild des Gehirns kann aus den einzelnen Platten zusammengesetzt werden. Beobachtungen. Selbst bei einem Blick auf eine zusammengesetzte Version verdeckt ein Schatten große Teile von Jeremys Gehirn. Möglicherweise ein Tumor, aber es ist wahrscheinlich eher ein Defekt an den Geräten. Jeremy hat heftig auf die Bilder reagiert und behauptet, er würde einen riesigen Wurm sehen, der seine Erinnerungen frisst und durcheinanderbringt. Anmerkungen. Während ich den Antworten damit kein Stück näher gekommen bin, bin ich mir recht sicher, dass Burkhardt-Lobotomie alle notwendigen Teile abtrennen sollte. Ah, Lobotomie ist wahrscheinlich das Allerdümmste, was sie jemals erfunden hatten. Gleich nach Bleirohren, Bleiwasserrohren und Asbest. Eine technische Psychoschirurgie auf Basis der Ideen von Burkhardt und der Forschung aus St. Petersburg könnte am Ende die Rettung für Jeremys Verstand darstellen. Ein Durchtrennen der Verbindungen rings um den Frontallappen könnte zumindest die meisten geistigen Leiden beseitigen. Die Prozedur wäre sowohl in der Durchführung als auch in ihrer Wirksamkeit brutal. Ein Eispickel, der am Auge entlang und in den Schädel eingeführt würde, würde die Nerven lösen, wie Alexander, der den gordischen Knoten zertrennt. Da dies Jeremie recht sicher in einen veränderten Zustand zurücklassen würde, sollten zunächst alle anderen Möglichkeiten ausgelobt werden. Eispickel-Alarm! Das medizinische Instrument, das ich für diese Lobotomie bräuchte, fehlt und ich sollte Waits ein neues bestellen lassen. Unvorstellbar! Ja, irgendwas fehlt halt noch. Ja, irgendwas fehlt halt noch. Das macht dich in seus souvenirs. Ja, irgendwas nicht zu weit mehr! Nicht so das gerçekten nicht zu weit machen! Waszy inviert das war? Ich genehmige mir einen. Wo war das nochmal? Hier. Das ist besser. Das ist besser. Ich kann also nur drei Plätze wählen. Ach egal, komm. Hier machen wir das Gehirn jetzt hin. Uh-huh. Näh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achja Warte, ich hab's doch schon aufgemacht eben Ey, das ist so weird Warum gehen die Türen manchmal auf, manchmal nicht? Naja, vielleicht muss ich auch erst noch, ähm, jetzt wieder raus Und was draußen lösen Ich glaub schon Warum passiert das immer wieder? Was soll ich nur tun? Was soll ich? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh. Und wir sind wieder zurück. Ideale Zeit, um sich hier mal umzuschauen. Und wir sind wieder zurück. Und wir sind wieder zurück. Äh, was? Wo soll ich denn jetzt den Code wissen? Ach, der steht da drauf, ne? 6-4-1. Oh, Mann. Der Salon und da ist ein Seil. Okay. Okay. Nein, ist das... ist das Jeremy's Versteck? Hallo? Ist da jemand? Jeremy? Ich brauche Hilfe. Warte. Können Sie mich hören? Ich stecke im Schlamm fest. Jeremy, wo sind Sie? Der Motor ist in Über. Ich kann nichts mehr tun. Halten Sie durch, Jeremy. Ich überlege mir was. Ich mache das Boot startklar. Wir erinnern uns an diese Metapher, ne? Mit dem Boot im Schlamm, die vorhin benutzt wurde. Ich habe das Boot startklar. Ich habe das Boot startklar. Ich habe das Boot startklar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Boot hat sich in dieser sumpfigen Stelle festgefahren. Wenn ich den Motor zum Laufen kriege, kann ich vielleicht rückwärts wieder auf den Fluss fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich war mir so sicher, dass das geht Sieht eher schwach aus Nein! Nein! Oh, ich war mir so sicher, dass das geht! Hierfür Treckstoff Oh, ich war mir so sicher, dass das geht! Oh, ich war mir so sicher, dass das geht! Oh, ich war mir so sicher, dass das geht! Oh, ich war mir so schwer, dass der Motor kommt! Hmm. Na los! Hey, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Wie bin ich denn hier reingekommen? Das hier geht nicht auf. Ah, da sind wir reingekommen. Ah, da sind wir reingekommen. Ah, da sind wir reingekommen. Die sind schon wieder irgendwie cool. Ah, da sind wir reingekommen. Ich habe keine Kugeln mehr. Ah, da sind wir reingekommen. 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 Ja, da sind wir reingekommen. Ah, 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 da sind wir reingekommen. Oh, also sieht die literary Zeit für einen Menschen haben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Jeremy rief um Hilfe, aber Karnby konnte nicht herausfinden, woher die Stimme kam. Für einen Moment fragte Karnby sich, ob das Dampfschiff selbst Jeremy war oder ob er sich irgendwie darunter befand. Aber gerade spielte das keine Rolle. Jeremy's Wunsch war eindeutig. Er wollte, dass Karnby das Dampfschiff in Gang setzte und aus dem Schlamm hinaus bewegte. Wahrscheinlich muss ich da übers Treppenhaus. Ne, Moment. Ne. Alles wieder offen. Okay. Okay. Globus kommt auch noch, ja. Ich glaube nicht, dass Dr. Gray davon begeistert wäre, dass wir hier rumschnüffeln. Was geht hier vor sich? Das fühlt sich alles so seltsam an. Ach, plötzlich, das ist ja ne geile Hommage. Plötzlich haben wir ne Alone in the Dark. Da fehlt ein Buch. Perspektive. Sowie in dem Resident Evil Classic Camera Mod, die ich ja gerade gespielt habe. Das ist ja lustig. Ja, ist ne schöne Idee. Haben Sie etwas gefunden? Was? Ja, ich habe ein paar Dinge gesehen. Okay. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie über etwas reden wollen. Finden Sie diesen Ort nicht seltsam? Das Heddo ist sicherlich einer der seltsamsten Orte, an dem ich je war. Natürlich. Was haben Sie getan? Ich habe nur eben die Bücher neu arrangiert. Nun kommen Sie. Sehen wir uns das an. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was da hinten links am Boden liegt. Seht ihr das, ne? Ja, genau. Ein Spielzeug-Talismann. Okay. Genau. Okay. Okay. Hä? Ich glaube, ich fange an zu verstehen. Dr. Gray arbeitet hier mit einer Art Massenhysterie. Schön, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Mr. Harthold. Ich hole mir schnell was zu trinken. Ich bin wegen Ihres Bruders Philip hier. Sie haben mich erwartet, nicht wahr? Ja. Ja. Sie kommen aus der Sato, richtig? Das stimmt. Ich wollte Ihnen nur ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob ich Ihnen oder Ihrer Familie noch helfen kann. Okay. So wie ich das verstanden habe, haben Sie eine lebhafte Fantasie. Sie denken sich so manches aus. Ich schätze schon. Und dann steigern Sie sich da rein. Die Realität verschwimmt mit der Fiktion. Manchmal. Wollen Sie mir vom Schattenmann erzählen? Nein. Nein, will ich nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie mir etwas anderes erzählen. Okay. Die Schattenmänner. Was haben Sie da über Massenhysterie gesagt? Der Sato scheint einen geisteszersetzenden Effekt auf alle zu haben, die in der Nähe leben. Es hat eine Vorgeschichte mit Kulten, die hier entstanden sind und eine Naturgottheit angebetet haben. Sogar der Name der Sato bezieht sich auf einen Kult, der vor dem Bürgerkrieg hier wirkte. Der Sato war der Name einer antiken Fruchtbarkeitsgöttin, die in Syrien angebetet wurde. Dr. Grey und seine Freunde scheinen allerdings die schwarze Ziege der Wälder mit den tausend Jungen vorzuziehen. Und dieser Name kann nur dem verdrehten Verstand meines Onkels entsprungen sein. Die Spuren auf dem Boden sehen aus wie Talisman-Positionen. Aber aus welcher Richtung sollte ich sie mir ansehen? Der Schlangendolch 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 War das die ganze Zeit über schon da? Hallo? Er ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schatten, Mann. Sie können ihn nicht retten. Jeremy, ich habe bislang alles getan, was er wollte. Und es gibt nur noch eine Sache auf der Liste. Ich erwarte, dass er sein Versprechen hält und Jeremy unversehrt zurückgibt. Mehr Zeit haben wir nicht, Detective. Wir sehen uns bald. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Das ist doch gar nicht. Ich habe doch gar keinen Code. Noch habe ich keinen Code. Oder war da einer in dem Text? Detective Kambi wünschte sich nichts mehr, als dass alles einen Sinn ergab. Aber offenbar... ... ... ... ... ... Okay, das haben wir schon. Also nur noch der Globus bleibt übrig, aber... Aber die haben extra zugemacht, damit ich hier nicht weiterkomme, okay. Also damit ich nicht einfach rumlaufen kann, ziellos. Irgendwie muss das halt helfen. Ich mach davon mal... Ja, soll ich mir das jetzt merken oder einfach noch gucken, wie das ausgerichtet ist? Eigentlich sieht es normal aus. Hier diese komischen Ecken. Hier und hier und hier drunter. Warum ist da bei dem Schrank nichts? Genau, alle Kerben sind in einer Linie. Genau, das hab ich mir auch gerade gedacht, ja. Leider nicht. Vielleicht so rum. Ach ja, genau. Nee, nee, ich weiß es. Ich weiß es. Da, so war's. Danke, danke. Der Schrank. Seit Jahrhunderten ein mysteriöses Türchen. in die Fantasien vieler Menschen. Sie sehen gut. Sie sehen verstört aus. Nur dieses dämliche Telefon. Ich weiß, ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Die Leitung ist vollkommen tot. Es ist nicht... Ja, nein, das Telefon ist kaputt. Miss Hartford? Ich glaube, das werden Sie sehen wollen. Ist etwas in dem Schrank? Ja, sehen Sie nicht das sehr offensichtliche Portal nach... Nach was auch immer Jeremys Wahnsinn als nächstes heraufbeschwört? Ich verstehe nicht. Soll das eine Modemetapher sein? Tut mir leid, ich habe da keine Zeit für. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie machen? Sie sehen das nicht? Na gut. Alles gut. Wir sehen uns später. Gehen Sie in den Schrank? Ja. Haben Sie da ein Problem mit? Nein. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Detective. Tut mir leid, ich wollte nicht. Adieu, Miss Hartford. Die hält uns echt für komplett bescheuert, ne? Hast du Tomb Raider 1 schon getestet? Ja, ja, da gibt es von mir schon sehr, sehr viel Let's Play. Ich bin noch nicht ganz so durch, aber ich spiele es auf jeden Fall zu Ende. Ach so, du meinst vier in VR. Aber auf jeden Fall habe ich einen VR-Teil noch nicht zu Ende gespielt. Vier und sieben. Aber da darf ich mit Zeit. Das muss ja nicht sofort sein. Hah. Nein. Johnny, mir ist wirklich okay. Wir müssen jetzt mal animated. Als Ein Precisie der mit Brewster weiß, was man fühlt, weißt, dass der Assist Erg fragmentarzt ist, dass die Steine der Spieler nicht erlebt, Jetzt muss ich gerade an True Detective die neueste Staffel, die vierte, glaube ich. Diese Stätte war für jeden Entdecker ein besonderer Fund gewesen. Und wir waren alle voller Entzücken, waren wir doch auf der Suche nach Erleuchtung. Was von der Struktur übrig war, schien fast nicht von dieser Welt und wirkte hochentwickelt. Das Metall, nach dem Jacob suchte, gab es hier in Hülle und Fülle. Wir waren so begeistert von unserem Fund, dass uns der Sonnenuntergang überraschte. Als wir schnell unsere Ausrüstung einsammelten, um zum Lager zurückzukehren, erklärte Jacob von Austerts mit einem Mal, dass er bleiben würde. Er war nicht davon abzubringen. Wir flehten ihn an, sich das noch einmal zu überlegen. Es würde mit jeder Stunde kälter werden und wir alle waren um unsere Sicherheit besorgt. Jacob weigerte sich und drohte uns mit Gewalt, sofern wir ihn nicht in Ruhe lassen würden. Als der Schneefall immer schwerer wurde, überließen wir ihn seinem Schicksal. Das Wetter verschlechterte sich am Folgetag noch und wir mussten Stunden damit zubringen, unseren Unterschlupf zu verstärken. Denn unsere Zelte waren jetzt so gut wie nutzlos. Die Gruppe hatte Jacob abgeschrieben. Er konnte das nicht überlebt haben. Ich hatte den Drang, noch einen Versuch zu unternehmen, um ihn zu retten. Also machte ich mich auf den Weg, als die Dunkelheit hereinbrach. Mit einigen Leuchtfackeln brach ich zur Küste auf und begann zum Stellarium zu klettern. Und dann sah ich ihn. Er starrte zu einem brennenden Himmel empor. Zu einer himmlischen Laterne. Jacob kippte um und stieß einen schmerzerfüllten Schrei aus, der mich mit Angst und Mitleid erfüllte. Er schrie in Todesqualen, denn die Kälte hatte sein Fleisch zerfressen. Ich rief seinen Namen und er wandte sich zu mir um. Sein leerer Blick ließ mich wie angewurzelt stehen bleiben. Er sagte, Sie müssen jetzt gehen, Herr Stern. Gehen Sie und kehren Sie nie wieder zurück. Also ging ich. Furchtbar. Klingt aber ein bisschen nach, wirklich nach True Detective. Muss ich sagen. Ach nee, da komme ich eher. Das ist bestimmt nicht smart, einfach nur in irgendeine Richtung zu laufen. Jetzt hörst du Dark, Descent, Viter, Aliens. Ach, ich finde es toll, aber, also tatsächlich habe ich es auch vergessen. Ich spiele es vielleicht nochmal im Schocktober oder so, spiele ich das nochmal. Oder wenn mal einen Alien-Film oder so rauskommt, da kommt ja demnächst wieder Romulus. Dann würde ich das nochmal spielen. Aber ich sehe jetzt nicht den unbedingt nötigen Grund, das durchzuspielen. Weil das einfach so lange dauert. Aber es hat sehr viel Bock gemacht. Ich würde es jedem empfehlen. Ich würde es auch noch weiter spielen, wie gesagt. Aber ich habe nicht vor, es durchzuspielen. Okay, also... Das ist jetzt weird, weil... Hier ist ja jetzt nicht mehr viel für mich. Gleich bloß ich einmal mit so einem Ding da... Ich darf nicht nachdenken. Ich darf nicht mehr. Ich darf nicht nachdenken. Ichковele die Halt kosten. Ich darf nicht aufArz, wo ich rauskommt. Ich darf nicht aufbauen. Ich darf nicht auf B Dee 로chen. Ich darf nicht aufbauen. Ich darf nicht auf kaunehmen, weil ich 4569 Almighty haben. Ich darf nicht aufbauen. Absolut furchtbar in so einem, in so einem eiskalten Gebiet, in so einem Schneesturm sich irgendwie versuchen zu orientieren und so, das ist der absolute Horror. Ich würde Schnee machen. 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 Was machen Sie hier? Ich würde Schnee machen. Ich würde Schnee machen. Schauen wir mal langsam, wo der Frosch die Tattoos hat. Weil ich glaube, dass wir jetzt langsam im Beginn des letzten Kapitels sind. Und bald? Ich würde Schnee machen. Ich würde Schnee machen. Dann muss ich immer noch ein bisschen Zeit. Oh! Und dann? Hier sieht aber eigentlich alles richtig aus. Irgendwas habe ich vielleicht mal vergessen. Ich habe vielleicht mal vergessen. Gott ist schwer, jetzt bleibt doch endlich mal tot! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, jeez! Oh, nö, ey. Nein! Jetzt bin ich auch noch ins fucking Menü. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube es nicht. Acht Stunden 30 sind im Spiel. Ich glaub wir schaffen's in neun Stunden. Ich hab keine Kogen in dem. Durchsauge. Das ist ja geil. Das ist cool. Oh, nö, 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 nö. Jeremy. Ich hab alles getan. Bist du zufrieden? Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Oh, nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Wollen Sie versuchen aufzustehen? Na, wenn das nicht der Held des Tages ist. Wie geht es Ihnen, Detective? Ganz prächtig. Und Ihnen beiden? Hey, Jeremy, ich hab Ihnen nicht so arg wehgetan, oder? Du hast ihm halt einfach ein Dolch ins Auge. Alles gut. Alles ruhig. Was ist mit dem? Schmerzmittel? Nein. Wissen Sie, obwohl Sie die Finesse eines halblinden Schlachters haben, war der Stich eine Lobotomie für Jeremy. Bitte was? Es ist sogar beeindruckend. Ich hatte es schon selbst erwogen. Ich wünschte nur, wir hätten Jeremy helfen können, ohne seinen Verstand in den einer Auster zu verwandeln. Aber er wird leben. Natürlich. Solange ihm jemand zu essen gibt, wird er uns noch alle überleben. Weiß Emily über Jeremys Zustand Bescheid? Ja. Sie scheint recht gut damit umzugehen, den Umständen entsprechend. Willen Sie Jeremy immer noch aus der Shadow wegholen? Ich muss darauf bestehen, dass Sie das tun. Wir sind hierfür nicht die richtige Einrichtung. Jeremy, halten Sie noch einen Moment durch, okay? Wir fahren bald nach New Orleans zurück. Oh, gut. Ich vermisse die Lichter der Stadt. Der Fall war abgeschlossen. Karnbier hatte Jeremy gefunden und nach Becedo zurückgebracht. Er machte sich Sorgen, dass Emily mit seiner Leistung nicht zufrieden sein würde, angesichts Jeremys improvisierter Hirnoperation. Vielleicht würde sie sich weigern, den vollen Betrag zu zahlen. Solche Gedanken würden Karnbier normalerweise in Wut versetzen. Aber jetzt war er einfach froh, zurück zu sein. Egal, ob er seine 150 Dollar bekommen würde oder nicht. Er konnte es nicht erwarten, sich mit Emily zu treffen und nach New Orleans zurückzukehren. Das alles für 150 Tacken. Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen, Detective. Nehmen Sie doch etwas Gumbo. Danke. Ich esse ihn später. Na komm, was hast du noch? Sieht so aus, als wären alle recht gut gelaunt. Die Johannesnacht ist das wichtigste Datum im ganzen Jahr. Es ist der einzige Tag, an dem die schwarze Ziege der Wälder ihre Jungen hegt. Okay. Ich gehe Emily suchen. Machen Sie sich um Sie keine Sorgen. Sie würde ja nicht ohne Sie gehen, oder? Wonach suchen Sie? Ich halte nur Ausschau nach dem Sturm. Im Radio hieß es, er könnte heftig werden. Wissen Sie, wo Emily ist? Sie packt ein paar von Jeremys Sachen ein. Sagt, dass sie ihn wegbringen will. Ich bin mir sicher, sie holt sie, wenn sie so weit ist. Dann sollte ich mich besser aufmachen. Man sieht sich, Kompär. Ich rede erst noch mal mit allen, natürlich. Na schön, sagen Sie es mir. Was zur Hölle wird hier passieren? Jedes Jahr haben wir so eine kleine Zeremonie beim Baum, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es ist symbolisch. Also im Leben gibt es einen Kreislauf von Trauer und Glück. Wissen Sie? Genau wie ein Baum die Jahreszeiten durchlebt. Dinge ändern sich, aber bleiben auch gleich. Also ist es im Grunde neuer, nur mit einer Baum-Metapher. Genau. Sie sind so schlau. Es geht um neue Anfänge. Ich meine, wer könnte eine so positive Nachricht besser gebrauchen, als ein Haufen Verrückter wie wir? Einige von euch glauben, dass es dieses Jahr etwas Besonderes sein wird. Eine Ahnung, warum? Nun, wir haben ein paar neue Worte, dank Ihrem Freund Jeremy und auch andere Änderungen am Programm. Sagen wir einfach, dieses Jahr geben wir alles. Das ist ein beeindruckender Raum. Beeindruckender, als Sie sich ausmalen können. Also, wie läuft das jetzt? Tanzen Sie alle singend im Kreis? Für das Ritual, meine ich? Bleiben Sie doch und finden Sie es heraus, Detective. Vielleicht tut es Ihnen gut. Sie haben nicht zufällig Emily gesehen. Nein, Detective. Habe ich nicht. Ey, die ist halt einfach hier vorne, Mann. So, was ist denn mit der Opfergabe? Die soll ich ja auch noch abgeben, ne? Tja, jetzt habe ich halt keine mehr für den doofen Baum. Hey, Kleine. Was machst du da? Die Feier vorbereiten. Ich will Mutter nicht enttäuschen. Und welche Rolle spielst du dabei? Ich bin die Cabri San Corn. Das ist sehr wichtig. Ich allein kann unsere Schuld tilgen. Weißt du, ich hatte daran gezweifelt. Aber du bist hier am richtigen Ort, Grace. Ich glaube, du hast recht. Ausnahmsweise. Gut, dann warten wir jetzt mal auf das große Finale. Kann ich da noch weiter hoch? Nee, ne? Nee. Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zum Guten. Ja, die glauben ja, die haben ja diese Massenpsychose. Nein, besser. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und erweise uns Gnade. Oh shit. Alter! Seid ihr bereit? Das ist, was geschehen muss, komm her. Gott! Nein! Schiebe! Gott! 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 Jetzt hat der Baum doch sein Opfer bekommen. Wir werden sterben. Oh... Nein! Komchen, Zerralie. Nein! 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 네! Nein! 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 Ich habe doch nur gesagt, ich will deine Mutter kennenlernen. Die schwarze Ziege der Wälder. Die hat hier gerade aber ganz schön durchgemacht. Das ist nicht der Go-Simulator. Okay. Okay, hier. Boah, echt. Sobald man einmal da hingelaufen ist, das ist so typisch für dieses Spiel, ey. Kannst du nicht mehr zurück. Okay. Sobald man da hingelaufen ist, das ist so typisch. Sobald man sich nicht mehr zurück cuccielt, ob man eine Kutte rauskommt. Bist du Alan Wake 2 schon durch? Ja, Mann! Alter, der hat Mäuler. In den Mäulern hat er einen Mäuler. Und darin hat er noch mehr Maul. Der Freund eines jeden Zahnarzt. Nur echt. Mit 364.010. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, dieses unfassbar beschissene Kampfsystem von diesem Spiel ist wirklich der absolut schlimmste Endgegner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter! Das ist die Ziege, ne? Ich habe keine Kugeln mehr. 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 Mann, ey. Diese Drecks-Endkämpfe von schlechten Entwicklern. Ein Riesenraum, Riesengegner. Ne, Quatsch. Enger, kleiner Raum, Riesengegner. Keine Safe-Games. Sag doch einfach, dass du deine scheiß Spiele noch irgendwie zwei Stunden länger machen wolltest, damit die Leute es nicht zurückgeben. Sei doch einfach ehrlich zu dir selbst. Ich bin der Schlüssel. Ich bin der Schlüssel. WDR mediagroup GmbH 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ist das eine krampige Scheiße, ey. Oh, okay. Das war's für heute. Letzte Folge kommt demnächst auf YouTube. Na ja, er hat immer noch ein Stück seines Gehirns verloren. So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Tja, gern geschehen, Kumpel. Aber das Haus! Es war so teuer. Ja, ist ja dein Erbe. Ja, ist ja dein Erbe. Sie ist wichtig. Natürlich nehmen wir sie mit uns. Okay, wie lang war das Spiel? Neuneinhalb Stunden maximal, würde ich sagen. Und damit sind wir jetzt am Ende. Also, es ist auch dieses Mal wieder ein Spiel, das, naja, nicht so wirklich viel so richtig falsch macht, aber jetzt auch nichts, was mich jetzt so wahnsinnig begeistert hat. Das ist wirklich so ein Spiel, das macht man halt mal, wenn man's hat. Wenn's irgendwo zum Beispiel bei Xbox Game Pass umsonst ist oder bei Epic verschenkt wird oder für 20 Euro runtergesetzt ist, dann kann man das schon kaufen. Da will ich gar nicht sagen, dass das dann nicht unterhaltsam ist. Aber es ist, dafür, dass es halt eine alte Reihe ist, ist es ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Ich bin aber trotzdem froh, dass das jetzt kein kompletter Fail wurde, sondern eher so ein Mischding, wo man halt später billiger zuschlagen kann, aber man hat dann trotzdem ein schönes Spiel. Weil ich freu mich, wenn die Reihe fortgesetzt werden würde. Ich würde mich freuen. Ich finde, da ist Potenzial hier und da auch optisch wirklich schön, abwechslungsreich auch mal. Und ja, stilistisch, storytechnisch auch gar nicht so verkehrt. Aber ich hab mittlerweile von diesen Haunted-House-Geschichten einfach schon zu viel gesehen. Aber dass der Baum es am Ende war, war echt überraschend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das echt abfuckt, dass mich dieser Entwickler in Kapitel 4 fürs Kapitel 5 gespoilert hat, weil das hätte ich wirklich niemals herausgefunden vorher, dass der Baum an allem dran ist. Naja. Okay. Wir gehen zurück. Oh, sind jetzt leider schon auch am Ende. Mir ist nämlich gar nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendwas. Ne, neun Stunden. Keine neun Extras dazugekommen. Ne, aber immer noch gut. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Ich verlasse das Spiel und ihr verlasst meinen Stream. Wir alle verlassen heute Twitch, würde ich sagen. Es ist schon spät. Es ist 2 Uhr morgens. Und wenn ihr das auf YouTube seht, dann verlasse ich mich auf euch, dass ihr da vielleicht auch mal ein Abo da lasst oder einen Kommentar mit 7 Wörtern mindestens. Oder meinen Zweitkanal Montalk abonniert. Oder auch in Zukunft gern mal alles daumiert, was euch gefällt. Das hilft mir enorm. Okay, so, ihr könnt auch noch, wenn ihr Bock habt, mit der Frau spielen. Das ist die zweite Story. Die ist aber jetzt auch nicht so groß anders, habe ich gehört. Aber es ist eine andere. Das ist wahr. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich werde es jetzt auch wieder deinstallieren. Ich werde jetzt nicht nochmal mit der Frau spielen. Aber für neun Stunden kann man das machen. Aber ich werde es wahrscheinlich schon bald wieder relativ vergessen haben, muss ich sagen. Okay, Leute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war mir sehr ein inneres Blumenpflücken. Alone in the Dark. Das war das Finale meines Let's Plays. Andere Let's Plays. Komplette findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Kurz noch zur Info. Natürlich mache ich noch weiter mit Tomb Raider 1, 2, 3. Vielleicht auch nochmal eine Runde Outcast. Vielleicht nochmal eine Runde Dragon's Dogma 2. Auf jeden Fall nochmal irgendwann eine Runde Resident Evil 2 mit der Oldschool Mod. Ich habe noch andere Sachen, die wir spielen wollen. Wir werden alles davon irgendwann einmal anfangen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich für euch, meine lieben Menschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß bei Bonja live der Nachtshow. Mit den völlig Wahnsinnigen, die einfach nie schlafen. So ist es. Wie schaffen sie das? Die Jugend ist es. Das sage ich euch. Und viel mehr muss ich euch jetzt auch nicht mehr sagen. Alles wurde gesagt. Bis dann. Macht's gut. Und tschüss. Wenn ihr Alone in the Dark spielt, werdet ihr sicher öfters das Pad aus Wut in die Ecke werfen. Trotzdem lohnt es sich, über die vielen kleinen Macken hinwegzugucken. Denn dahinter verbirgt sich ein frisches und abwechslungsreiches Horrorabenteuer. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja. Was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Oh, so zum Sitzen. Das ist ja Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Ich sag Stuhl, ich zum Sitzen darf. Ich sag Stuhl.